Musik Musik Tja, grüße meine lieben Wrestlemania Und jetzt da draußen heute zur, ja, vielleicht größten Preview aller Zeiten, zumindest auf meinem Kanal, holy shit, das wird ein Brett. Also, wie ihr bereits am Titel lesen könnt, wir besprechen heute NXT TakeOver Brooklyn 3 und die größte Matchcard der WWE Geschichte, nämlich den Summerslam 2017 mit 13 in Zahlen, 13 Matches auf der Card. Aber natürlich werde ich mir diesen Schinken nicht alleine unter die Lupe nehmen. Ich habe den Besten, meine bessere Hälfte eigentlich hier am Start. Der Carsten, sag mal hallo. Ich sag mal hallo. Das ist doch sehr, sehr schön. Also nach dieser wunderbaren, geschmeidigen Begrüßung meiner besseren Hälfte begrüße ich euch, wie gesagt, heute zu dieser XXL-Ausgabe eines, ja, Preview-Podcasts zum kommenden, ja, auch XXL-WW-Wochenende. Wir haben zwei Großveranstaltungen, einen Big-Four-Pay-Per-View und natürlich dementsprechend auch wieder ein Take-Over-Special. Wir fassen uns hier heute, oder wir probieren es zumindest, dass wir uns möglichst kurz fassen, damit das Ding hier nicht über zwei Stunden geht. Wir beginnen mit, ich sag mal, dem vermeintlich besseren Show-Fragezeichen. Zumindest war es in den letzten Jahren, muss man eigentlich schon sagen, die Zeit vergeht. Immer schon so, dass die Take-Overs grundsätzlich nie enttäuscht haben und ich glaube, dass auch bei dieser Matchcard wir auch nicht enttäuscht werden. Die Karte beinhaltet aktuell fünf Matches und wir beginnen gleich mal mit, äh, jo, einem Match, wo interessant zu sehen sein wird, wie sich denn ein ehemaliger, ein ehemaliges Tag-Team-Kettenglied so alleine schlagen wird. Wir sprechen hier von Johnny Gagano, aka Johnny Wrestling, gegen Andrade Cien Almas mit seiner neuen Freundin, die er da am Start hat, wo mir da Carsten sicher nochmal den Namen sagen wird, weil er mir gerade nicht einfällt. Selina Vega. Dankeschön. Mit Selina Vega quasi an seiner Seite. Und, äh, wie sie halt bei den NXTs Ausgaben oder den letzten Ausgaben für Take-Over-Specials so war, war halt der Aufbau, ja, im Prinzip nicht mehr wie Durchschnitt. Bis auf ein, zwei Title-Matches wurde halt nicht wirklich ein Match gut aufgebaut oder großartig aufgebaut. Aber ich habe auch vorher schon zum Carsten gesagt, solange dann das Endprodukt stimmt, was es ja bei Take-Over grundsätzlich immer tut, äh, bin ich da jetzt nicht so pingelig. Und auch hier war der Aufbau, ich sag mal so, äh, kaum vorhanden. Es gab so mal ein paar Ungereimtheiten, äh, wo halt, ich sag mal, die, die Freundin, die gute Selina sich immer ein bisschen eingemischt hat. Hat sich ans Kommentatorenpult gesetzt, aber nix, äh, Großartiges. Äh, was allerdings ganz gut werden könnte, ist natürlich das Match. Andrade Cien Almas als Heel, äh, sehr gut, wie ich finde, auch underrated und wird dann gerade so ein bisschen so zum Tai Dillinger, nur halt aus dem Jahr 2017 und nicht 2015. Dillinger vor zwei Jahren immer wieder den Job gemacht für, für Neuankömmlige, damals sogar für Almas, muss man auch dazu sagen. Ich glaube sogar bei Take-Over, die End of the Beginning müsste das gewesen sein. Und, ja, jetzt ist halt, ich sag mal, die Rollenverteilung andersrum. Und Johnny Wrestling, der sich jetzt nach dieser kurzen, äh, Pause zurückmeldet und gleich mal, äh, volle Attacke reitet. Die beiden treffen also aufeinander und, ich sag mal so, es sollte klar sein, dass hier Johnny Cagano, äh, sich durchsetzen wird. Lange Rede, kurzer Sinn, wie gesagt, Johnny Wrestling, äh, gewinnt das Ding und sollte ein gutes Match werden. Na, ich widerspreche. Ja, also erstmal vorneweg, äh, aufbautechnisch, wie du schon angesprochen hast, gebe ich dir recht. Ähm, wobei noch nicht mal das schlimmste Match für mich, äh, auf der Kart, was den Aufbau angeht. Aber dazu kommen wir dann nachher. Ähm, es gab ja immerhin etwas Aufbautechnisches, was du gerade schon angesprochen hast, beziehungsweise generell Almas ja momentan doch jetzt wieder im, im Aufschwung durch eben auch Selina, die ihm sehr, sehr gut tut und das war auch schon längst überfällig, dass ihm da jemand an die Seite gestellt wird und, äh, das harmoniert einfach, finde ich, sehr, sehr schön, ähm, passt perfekt zusammen. Und deswegen würde ich jetzt auch tendieren, äh, ja, wie gesagt, dir dazu widersprechen und zu denken, dass das Ganze durch Selina eben einen Sieg für Almas geben wird. Sie wird halt, äh, eingreifen, Johnny irgendwie ablenken und dadurch kann Almas halt dirty sozusagen das Match gewinnen, ähm, weil er eben momentan wieder im Push ist und man hat ihn ja schon, ich glaube, mittlerweile zweimal oder sogar dreimal hat man den Push angefangen, dann wieder fallen lassen, angefangen, wieder fallen lassen und so weiter und so fort. Und jetzt muss man ihn mal endlich zumindest weiter durchziehen. Ob es bis zum Main Event bei NXT reicht, irgendwann weiß ich noch nicht, ähm, aber man muss es jetzt einfach mal durchziehen, finde ich, ein bisschen mehr und, äh, Johnny Gargano schadet hier eine Niederlage überhaupt nicht, finde ich. Äh, er kam gerade erst wieder zurück, äh, ist jetzt da auch nicht groß in einem, bisher in einem großen Programm gewesen oder irgendwas, von daher so ein, so ein anklienes, äh, so eine ankliene Niederlage wird ihm da nicht viel schaden und deswegen denke ich, dass, äh, Almas hier, wie gesagt, dann den Sieg davontragen wird, was, was er braucht, weil wenn er jetzt wieder verliert, dann, dann war es das, dann müssen wir da nichts mehr machen. Hm, also hier schon mal, im allerersten Match, der erste unterschiedliche Tipp, könnte, äh, im Laufe der Preview noch häufiger der Fall sein. Ähm, nächstes Match und da kommen wir auch gleich zum Punkt zu sprechen, den du gerade angesprochen hast in Bezug auf Aufbau. Ein Match, wo ich mich jetzt rein vom wrestlerischen Irrsinnig drauf freue, mein persönliches Match of the Night fast werden könnte, unter Anführungszeichen, und zwar Alistair Black gegen Hideo Itami. Ähm, bevor du deinen Senf in Bezug auf Aufbau dazu abgibst, äh, muss ich dazu sagen, dass natürlich der Aufbau kaum vorhanden war, aber auch hier war es halt, ich sag mal, eine Kleinigkeit, wo halt, äh, dann, ähm, Hideo Itami nach dieser Unterbrechung von, äh, äh, Alistair Black bei einer NXT-U, das gab ich, glaub ich, vor zwei Wochen, wollte sich halt dann Backstage draußen rächen, wo zufällig ein, 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 ein Zuschauer oder ein Fußgänger die Kamera gerade wieder mal, äh, online hatte, ne? Man kennt's. Was für ein Glück, was für ein Glück. Was für ein Glück für NXT, dass die da immer zufällig dabei entstehen haben. Und Itami wollte ihn halt hinterrücks, ähm, ja, bei Nachts angreifen, Black, natürlich in sein Element, Vorsicht, no pun intended hier dieser Stelle, und, äh, hat sich, äh, somit zur Wehr setzen können, beziehungsweise ist den Angriffen von Hideo Itami ausgewichen, und hat da somit, ich sag mal, diese Mini-Fäde eingeleitet. Man merkte halt, man wollte diesen, äh, frischen Heel-Turn, äh, von Hideo Itami, den er gegen, äh, Chris Hero, aka, äh, Cassius Owner, jetzt ist mir fast nicht eingefallen, wollte das halt gleich mal in einem Takeover-Event umsetzen, oder ihn zumindest präsent darstellen, und Alistair Black aktuell sowieso over wie Sau, heiß wie Frittenfett, und auch hier tippe ich persönlich auf den Face-Sieg, weil man Alistair Black einfach in den letzten Monaten, ich sag mal, so unantastbar dargestellt hat, wenn er jetzt verliert, wäre dieses einfach Unantastbare weg, und ich glaube, dass man Alistair Black entweder, ähm, vielleicht schon Richtung Series, spätestens Rumble, entweder in den Main-Shows schon hochzieht, oder vielleicht zu 205 Live, was mir leid tun würde für ihn, ähm, oder man pusht ihn Richtung NXT-Title, und wenn du das halt machen willst, dann sollte Black auf jeden Fall seinen Siegeszug, seine Dominanz fortsetzen, ähm, nichtsdestotrotz wird das, glaube ich, ich würde schon sagen, vielleicht ein Strong-Style-Fest, sehr kicklastig, könnte mir gut gefallen, und vielleicht, ja, Match of the Night für mich, zumindest in Sachen Takeover. Ja, also was das angeht, äh, gebe ich dir auf jeden Fall recht, das, äh, könnte das Match of the Night werden, ähm, sicherlich ein sehr, sehr gutes Match, also weil das beide nun mal drauf haben, auch, äh, der Style einfach sehr gut zusammenpasst, und freue mich auch auf das Match, aufbautechnisch genau ist es das Match, was ich vorhin angesprochen habe, was für mich gar keinen Aufbau hatte, äh, oder wirklich sehr, sehr dahingebrochenen Aufbau, wo man einfach nur merkte, hey, wir wollen irgendwie Black da jetzt mit reinbekommen, warum eigentlich Itami ja noch so in der Fede mit Ono, die läuft ja eigentlich noch, und ich finde, dieses, diese Fede braucht auch noch ein, ein großes Match, ein, ein Abschluss halt, der Fede, ähm, und deswegen denke ich auch, wird er hier eine Rolle spielen, auch hier wieder eine mögliche Ablenkung, um auch Itami wieder zu schützen, weil auf der anderen Seite man ja auch noch größere Pläne mit ihm eigentlich hat, wenn er jetzt mal länger fit bleibt, ähm, dann wird es ja auch für ihn eigentlich Richtung Main Event bei NXT zumindest gehen, um den Titel auch irgendwann, und, äh, genauso wie für Black, also da bin ich mir auch ziemlich sicher, dass beide in Zukunft, äh, sofern der aktuelle Main Event, sag ich mal, hochgezogen wurde, dass die beiden dann halt, äh, die Main Events bei NXT bestreiten werden, und, ähm, deswegen ist man halt natürlich wieder in dieser typischen NXT-Situation, man will beiden nicht schaden, irgendwie muss man einen aber mehr pushen, und deswegen denke ich halt, dass Black hier das Match natürlich gewinnen wird, wie du schon grad gesagt hast, das ganze Showing von ihm braucht das natürlich weiterhin, dieses Unantastbare und Unbesiegbare, und deswegen könnte ich mir halt gut vorstellen, dass Ono hier, äh, Itami ablenkt, dadurch halt kommt es dann beim nächsten Takeover, was wird, äh, ich weiß gar nicht mehr in Houston, glaube ich, sein, ne? Ich glaube, dass es, äh, wie wir im Series-Wochenende spätestens wieder so weit sein werden. Und ich denke, dass man da dann eben diese Feder abschließen wird, und, ähm, ja, deswegen wird halt Black hier für mich auch dieses Match klargewerkt. Mhm. Äh, auf jeden Fall, wie gesagt, ein Match, auf das man sich freuen kann, und, äh, grundsätzlich muss ich ja auch sagen, bei jedem Match hier auf der Karte ist zumindest eine kleine Vorfreude da, so wie auch beim nächsten Match, und zwar, erste Title-Match, das wir hier besprechen, und zwar das WWE NXT-Tech-Team-Title-Match. Die Champions, die Offers of Pain, A.K.M. und Riza mit, äh, Paul Ellering gegen Sanity, Alexander Wolff, Eric Young, Killian Dain, und mit der weiblichen Besetzung dazu natürlich Nikki Cross. Ja, ist hier ein bisschen ungewöhnlich, man setzt hier grundsätzlich Heel-Stable gegen Heel-Stable, allerdings ist dieses Match im Prinzip ein Selbstläufer. Mich erinnert das so ein kleines bisschen an, äh, The Shield gegen Wyatt Family. Vor, ich glaube, drei oder vor vier Jahren hatten wir da dieses Aufeinandtreffen bei der grundsätzlich auch Heel-Stables damals gewesen, aber gerade bei NXT und bei dieser Smart-Mark-Lasting-Route sucht sich die Crowd ja sowieso mehr oder weniger die Faces aus. Ähm, ich glaube, dass das hier Sanity sein wird, ähm, muss aber auch jetzt nochmal hier eine Lanze für die Offers of Pain brechen, die sich für mich persönlich in den letzten Monaten extrem stark verbessert haben. Klar, sie sind zum Teil immer noch ein bisschen grün hinter den Ohren, aber sie tragen, wie ich finde, zu Recht aktuell die Tag Team Championship und, äh, hier halte ich, muss ich dazu sagen, den Ausgang für sehr offen. Sanity hat hier die, ähm, ja, die Überzahl hier in Sachen Personen, ähm, Start und deswegen auch hier vielleicht ein Eingriff könnte, Eingriff könnte generell so das Stichwort hier sein, vielleicht mit diesem Takeover. Äh, vielleicht lenkt Nikki Cross hier, äh, die Offers of Pain ab, vielleicht ist es Eric Young. Ich weiß auch jetzt nicht, wer von Sanity antritt, ist es jetzt auch so die Freebird-Rule? Ich weiß nicht, ob man da schon was gehört hat. Ähm, ob jetzt Young und Dane antreten oder Dane und Wolf oder so, muss man erstmal gucken. Äh, auf jeden Fall ist es für mich persönlich eine ziemlich offene Kiste und tippe hier sogar auf einen Titelwechsel, auch wenn er vielleicht ein bisschen zu früh kommt, aber ich glaube, dass man hier Sanity, die ja auch schon ziemlich lange jetzt eigentlich schon bei NXT sind, endlich mal, äh, dem verdienten Erfolg zuschreiben wird und, äh, auch mal um das Stable selbst ein bisschen zu pushen, denn sie hatten noch keinen Titelgewinn. Nikki Cross konnte sich in einem Last Women Standing Match bei einer NXT-Ausgabe gegen Asuka sehr gut beweisen. Übrigens, Match-Empfehlung von mir war richtig, richtig stark und, äh, ja, ich denke mal, dass die Herren und dem Ganzen natürlich in nichts nachstehen wollen und ich hoffe natürlich dementsprechend auch so ein bisschen für Alexander Wolf, äh, dass er der erste, äh, Titelträger in der WWE-Geschichte sein wird und das wäre natürlich auch eine ziemlich coole Geschichte. Der aus Deutschland stammt, muss man noch dazu sagen. Genau, genau, das meinte ich natürlich. Ähm, ja, also erstmal vorneweg, äh, für mich wirklich das schwierigste Match zu tippen auch, äh, auf der ganzen Card. Äh, ja, einfach richtig, richtig schwierig, weil auf der einen Seite brauchen die Authors of Pain den Titel, finde ich. Ähm, den sollte man ihnen jetzt noch nicht wegnehmen, weil er irgendwie, ja, zu denen gehört und, ja, wie gesagt, die ihn irgendwie brauchen. Sanity, ja, schwierig mittlerweile. Braucht ihn auch. Braucht ihn eigentlich auch. Äh, auf der einen Seite ja. Auf der anderen Seite kann man durch das Gimmick, was ja super ist, auch solche Niederlagen immer relativ gut verkaufen. Und sei es, es geht irgendwas schief von, von Nikki Cross und, äh, sie besickt sich drüber und Friede, Freude, Eierkuchen. Also, es ist halt wirklich so, ne, es muss keine Logik haben bei denen. Äh, darf es allein ja schon gar nicht. Und deswegen, ähm, hat man da einfach super viel Spielraum, was sowas angeht. Schwierig, wirklich schwierig. Ich denke aber, sie werden die Titel behalten noch, da es auch noch ein bisschen zu früh ist und, äh, Sanity, finde ich, generell jetzt wieder einfach noch mehr gepusht werden muss, noch stärker wieder dargestellt werden müssen, bevor sie dann überhaupt mal Richtung Titel gehen. Und, ähm, deswegen denke ich halt, werden, werden hier die Titel noch mal verteidigt werden und dann wahrscheinlich, ja, beim, vielleicht beim, beim nächsten Takeover-Event, äh, im, im Super-Threat-Match vielleicht dann sogar, dass sie sich die Titel holen, dass man auch hier wieder die Authors of Pain so ein bisschen schützen kann. Mit den Street-Profits. Ja, zum Beispiel. Ja, wer weiß. Die ich eigentlich ganz cool fände, muss ich mal dazu sagen. Eben, vielleicht pusht man die dann bis dahin da rein. Äh, durchaus möglich. Also, wäre gar nicht mal so abwegig. Und, deswegen, ja, tippe ich auf eine Titelverteidigung. Okay, auf jeden Fall hier wieder ein unterschiedlicher Tipp. Äh, wir beide werden dementsprechend, ich weiß nicht, ob du sehen wirst oder ob du dabei sein wirst, das hat man sich jetzt auch nicht wirklich ausgemacht, ähm, aber wird auf jeden Fall interessant zu sehen sein, wer denn dieses, äh, inoffizielle Tippspiel dann gewinnen wird. Was ich mir auch noch vorstellen kann, dass, äh, tatsächlich Sanity die Titel holen, einfach aus dem Grund, weil man ja auch so ein bisschen gerüchtet hat, dass die, dass man die Authors of Pain relativ schnell in die Main-Shows hochziehen will. Vielleicht, vielleicht will man eben, ähm, ich sag mal so, Smackdown-Tag-Team-Division ein bisschen verstärken. Wir hatten ja vor kurzem, oder, äh, gestern wurde ja der Podcast dazu auch hochgeladen. Ähm, wer ihn noch nicht gesehen hat, auf jeden Fall mal reinhören, also alles rund um die Tag-Team-Division, um einen vermeintlichen Zerfall, äh, ganz interessant geworden, wie ich finde. Und da könnte man natürlich die Authors of Pain als ultimatives Zerstörer-Tag-Team gegen dann die wahrscheinlich dann amtierenden Champions The New Day zum Beispiel ziemlich gut setzen, wie ich finde. Und, aber es ist, wie gesagt, nur eine Vermutung, äh, einfach, weil ich hoffe, dass Sanity die Titel gewinnt. Ich finde, die haben sich verdient, sind alle, alle Beteiligten in diesem Stable, sind wirklich, äh, sehr unterhaltsam. Und, ja, wird auf jeden Fall ein gutes Match auch werden. Aber wo gutes Match? Ja, Frauen-Action darf natürlich bei NXT auch nicht fehlen. Und hier wird's auch richtig interessant. Die Championess Asuka, die Rekord-Championess, die, äh, längsten, am, die längst amtierende Titelträger, schrägstrich in, äh, seit gefühlt 20 Jahren in der WWE. Ich glaube, jetzt mit dem, äh, Take-Over-Brooklyn-Special hat sie dann sogar die 500-Tages-Grenze geknackt. Eigentlich unglaublich. Hätte man sich nie und nimmer erwartet, dass das so lange hält. Dass Asuka lange unbesiegt bleiben wird, okay. Aber 500 Tage ist auf jeden Fall haufer Stück Holz. Ähm, hat auch CM Punk mit seiner damals sehr, sehr langen, äh, Regentschaft von über 400 Tagen, äh, überholt. Und, äh, ja, gegen die aufstrebende und auch sehr, sehr vielversprechende Amber Moon, auf der ich sehr viel halte, muss ich dazu sagen. Und hier hast du wahrscheinlich aktuell das relativ bestmöglichste Women's Match aktuell bei der WWE. Und hier kann man sich auch viel versprechen. Ich hoffe, dass sie, dass die beiden den Erwartungen gerecht werden. Asuka sowieso. Äh, bei Amber Moon bin ich mir immer noch nicht ganz so sicher, ob sie vielleicht im Druck standhält. Es ist wirklich so das erst zweite große Match von ihr. Man, man muss gucken, ob sie vielleicht ein bisschen Nervosität auch dahinter ist. Aber grundsätzlich wird das ein, ein richtig schön rundes Ding werden. Und, ähm, Titelwechsel. Ich bin mir eben nicht sicher, ob man da vielleicht nicht noch ein drittes Match dann bei der Series, also beim Series, äh, Wochenende noch bringt. Also, dass Asuka vielleicht nochmal irgendwie cheap, dirty verteidigt und es dann eben beim, du hast gesagt Houston, glaube ich, dass es dann bei Houston, äh, vielleicht zu einem, äh, No-DQ-Match kommt oder einfach zu einem Stipulation-Match. Vielleicht gibt es das erste Frauen-Leader-Match. Kann ich mir auch eigentlich ganz gut vorstellen, dass man da irgendwas nochmal Historisches bringen möchte. Und, also, Frauen-Singles-Match, meine der Banker-Wahre, gab es natürlich schon, ist klar. Deswegen tue ich mir persönlich auch schwer, das Ganze zu tippen. Gehe aber auch von einem Titelwechsel aus. Also, ich sage, Emma Moon holt sich das Ding und entthront somit, äh, die Rekord-Championess Asuka. Bin ich voll bei dir. Ähm, ja, bin ich mir ziemlich sicher sogar, dass man das bringen wird, dass Emma Moon sich hier den Titel holt, weil, wie du gerade schon angesprochen hast, Asuka hat jetzt so alles erreicht, was das angeht, alle Rekorde und dann ist es bei der WWE nun mal so, sobald das erreicht ist, wird der Titel abgegeben, damit das nicht zu lange wird, damit man die Chance hat, das Ganze wiederzubrechen, natürlich. Und, ähm, deswegen gehe ich davon aus, dass man ihr jetzt halt hier den Titel abnehmen wird. Endlich, muss ich auch dazu sagen, weil mittlerweile bin ich es schon leid. Und, ähm, Emma Moon feiere ich super. Also, ich, äh, bin ein Riesenfan, derzeit meine Lieblingsdame, was das komplette WWE-Roster angeht. Von daher, ja, doch, absolut. Und, ähm, die ist, finde ich, auch bereit für den Titel. Ich meine, die hat auch schon Indie-Erfahrung ohne Ende, die, die wird das, die wird das, äh, schaffen. Die wird, ja, stark genug für den Titel sozusagen sein. Und Asuka, bin ich mir dann ziemlich sicher, wenn sie halt jetzt, wie gesagt, hier den Titel verlieren wird. SmackDown. Genau, das ist dann Richtung Main Roster für sie, gehen wird sofort. Ich hoffe, SmackDown. Ja, wer weiß, vielleicht sehen wir halt beim Summerslam ja dann schon was. Wer weiß, und deswegen denke ich, wie gesagt, hier, dass sie sich den Titel holen wird. Wird natürlich ein super Match werden. Alleine auch hier, der, der, der ganze Aufbau, da mit dem, mit der Verletzung von ihr und so. Das ist jetzt so, finde ich, hat man bei mir das Gefühl erreicht, so, jetzt, jetzt ist sie bereit, jetzt hat sie es verdient und, äh, schafft es sich jetzt, den Titel zu holen. Auch nochmal bei der letzten, äh, NXT-Ausgabe war es auch nochmal ganz schön. Hat man auch nochmal diese Intensität reingebracht mit der Vertragsunterzeichnung, wo Asuka ihr dann noch irgendwie liebe Worte mit auf den Weg gegeben hat. Ähm, und, ja, freue ich mich einfach auf dieses Match, wirklich. Und das schaffen die Damen nicht immer bei mir, da bin ich ehrlich. Ähm, aber dieses Match, doch, da bin ich echt drauf gehypt, vielleicht auch, weil ich halt der Amber Moon Fanboy bin. ist auch vollkommen legitim. Ich freue mich auch auf das Match und, was mir zum Beispiel gut gefällt und das war, da vergleiche ich auch das Ganze wieder so ein bisschen mit der Regentschaft von CM Punk, dieser Heal-Tür von Asuka hat dem Ganzen nochmal gut getan. Also, du hast es halt geschafft, dass die Regentschaft von Asuka vielleicht in deinem Fall eher erträglicher wird und in meinem Fall nochmal unterhaltsam wird. Ähm, Asuka mit dieser Cockiness, die sie auch an den Tag legt, auch bei dieser Vertragsunterzeichnung oder auch mal ein, zwei Wochen davor, wo es auch eine Konfrontation gab, wo es halt auch diesen Bitch-Slap gab. Fand ich super. Mehr braucht es auch in der Frauenfelder nicht, wenn du einfach eine gewisse Intensität auch drin hast. Und, ja, der Aufbau war eigentlich mit fast der Beste der Kart, würde ich fast sogar sagen. Ja. Weil ich zum Beispiel, ich finde zum Beispiel, den Main Event hat man nicht so gut aufgebaut. Aber es ist jetzt nur meine persönliche Meinung, aber ich glaube wirklich, dass das Frauenmatch mit am besten aufgebaut worden ist. Und, äh, hier wird die Crowd auch heiß wie Frittenfeld sein. Also Asuka wird gefeiert, Amber Moon wird gefeiert. Das ist einfach ein, das ist ein No-Brainer. Beiden werden sich einfach auf die, auf die Mütze geben und, äh, das wird ein super Match. Ich glaube, bin ich mir ziemlich sicher. Ja. Also abreißen werden die definitiv. Und, ja, was Asuka angeht, muss ich auch nochmal eben sagen, dass man es bei ihr mal wieder geschafft hat, diese Twiner-Rolle neu zu entwickeln. Wie du eben gesagt hast, sie wird geschiert, sie wird, äh, zum Teil ausgebucht, wenn auch recht wenig. Ich finde, ich glaube, da erwartet sich die WWE eigentlich mehr, was das angeht. Ähm, und bisher finde ich wirklich dieses Showing sehr, sehr interessant, was das angeht. Ist halt wieder eine Geschichte, die im Main-Roster wahrscheinlich überhaupt nicht klappen wird, weil man es da einfach nicht hinkriegt, sowas. Und, ähm, das wird dann auch ganz interessant, wie man da mit ihr verfahren wird. Weil es ja auch keine Twiner-Main-Roster gibt. Eben. Es gibt nur Face, Heal und Reigns, haben wir gelernt, ne? Genau. So, kommen wir zum Main-Event. The Glorious NXT Champion, Bobby Roode, verteidigt seinen Titel gegen den ehemaligen Chosen One, zumindest dieser früher so, Drew McIntyre. Und, man muss ja wirklich sagen, wie sich Drew über diesen, ich sag mal, Rausschmiss damals bei der, äh, bei der WWE gegenüber zu jetzt einfach in dieser Zwischenzeit entwickelt hat, in seinem Auftreten, auch in seinen Promos, die zwar jetzt immer noch nicht Weltklasse sind, aber zumindest sehr gut, da war er früher in der WWE, als er da frisch angefangen oder reingeschnuppert hat, war für mich so, noch so ein bisschen unsicher Mikrofon, äh, einfach die ganze, die Ausstrahlung, der Typ ist ja riesig, das darf man nicht vergessen, ich glaub, der ist 1,96, 1,97 oder so, einfach mit diesem ganzen Auftreten wirkt er schon sehr, sehr bedrohlich und, äh, da kam der Zeitpunkt genau richtig, dieser Abstand, den er von der WWE hatte, um nochmal zu lernen in diversen Promotions und jetzt einfach nochmal mit diesem, ja durchaus guten Impact zurückzukehren, Impact, haha, ähm, ja, auch, wie vorangesprochen, Match war jetzt nicht ganz so gut aufgebaut, wie ich jetzt zum Beispiel finde, wie das Women's Match, äh, wobei man hier auch diese unbekannte Roderick Strong noch im Hinterkopf behaben sollte, weil ich ja vorangesprochen habe, Eingriffe könnten so hier das, äh, das Markenzeichen dieses, äh, Events sein, vielleicht greift doch hier Strong, äh, gegen, äh, Root ein, oder es kommt vielleicht, was ich mir zwar nicht wünsche, aber ich kann es mir vorstellen, dass es dann irgendwie ein DQ-Finish gibt, wäre zwar NXT-untypisch, aber ich kann es mir durchaus vorstellen, dass man vielleicht da auch ein Triple Threat-Match dann irgendwie aufbaut, man weiß es ja nicht, äh, trotzdem, ja, auch hier, es ist so der Fluch der letzten Jahre, zumindest ist das mein persönliches Empfinden, das Match wird sicher gut werden, aber wie jedes NXT-Title-Match gibt es bei jedem Take-Off-Event immer so ein bis zwei Matches, wo ich mich mehr irgendwie drauf freue, es ist irgendwie ganz, ganz komisch, ähm, zum Beispiel bei diesem Take-Over freue ich mich auf das Women's-Match mehr und auch auf Alistair Black gegen Yideo Itami und hier hast du halt zwei, ich sag mal, ja, nicht direkt Big Men, aber zwei durchaus, ja, gute Leute, wo man sich halt auch nicht wirklich so ein Technik-Feuerwerk erwarten kann, es wird wahrscheinlich eher so ein psychologisch-typisch Root angehauchtes Match werden, Root ist ja, erinnere mich sehr an einen gewissen Herrn Hunter von seiner In-Ring-Ausstrahlung, von seiner von seiner Arbeit selbst im Ring, die ich persönlich nicht immer feiere, der Stil spricht mir auch nicht immer unbedingt zu, deswegen bin ich sehr, sehr gespannt, wie auch ein Drew McIntyre mit dem Ganzen fertig wird, ob die beide eine Chemie miteinander entwickeln können im Ring und deswegen erwarte ich mir an und für sich vom Match jetzt nicht ganz so viel, ich weiß nicht, das wäre zwar der dritte Titelwechsel, auf den ich tippen würde, aber, oder zieht man das auch noch, hier ist es auch schwer zu tippen, ich sage jetzt einfach mal, Bobby Root verteidigt hier das Ding, einfach um mal eine Titelverteidigung auch auf meiner Tippseite zu haben. Okay, ja, auch da bin ich wieder bei dir, ganz klar, bin natürlich auch riesen Root-Fan, das weiß man glaube ich mittlerweile auch, deswegen, wahrscheinlich bin ich auch schon gehypt auf dieses Match und ich würde sogar sagen, wenn ich jetzt nochmal so die Card im Kopf durchgehe, doch irgendwo trotzdem am meisten drauf gehypt, doch, okay, doch, gestorben, vielleicht auch wirklich wegen Root beziehungsweise wegen Roderick Strong auch, auch den mag ich sehr und der wird hier eine Rolle spielen, da man ziemlich safe das Threat-Match bringen will und wird die drei ja momentan sozusagen die Main-Event-Szene bei NXT und deswegen wird man das Ganze noch ein bisschen ziehen. Glaubst du, dass man am selben Abend vielleicht zufällig sogar noch ein Triple Threat-Match festlegt, einfach wegen der Aktion von Root bei der letzten NXT-Ausgabe, wo es eigentlich keinen klaren Gewinner gab? Möglich wäre, ja, also möglich wäre das definitiv, eben wegen dieser, ja, wegen diesem Brawl und wegen diesem ganzen Geschehen mit den dreien momentan könnte sein, dass es natürlich so im Chaos endet, sag ich mal, der Abend und dann William Regal rauskommt und sagt, so, ich hab jetzt die Schnauze voll, wir booken jetzt das Match oder so, um das ein für alle Mal zu klären. Weiß ich nicht, also wäre möglich, aber wie du gerade schon gesagt hast, auch ein bisschen NXT-untypisch, denke ich. Also von daher würde ich eher drauf gehen, dass man Root hier, ja, wahrscheinlich sogar clean gewinnen lässt, Strong natürlich seinen Auftritt im Match haben wird, also er wird schon Root ablenken, vielleicht sogar angreifen können, wenn der Ref wieder ausgenockt ist, irgendwie sowas wird man bringen, aber es wird, denke ich, nicht Match entscheidend sein, um auch Root weiterhin trotzdem stark darzustellen, dass er eben den Titel doch halt wieder verteidigen kann, weil das Showing hat er ja schon, auch wenn er dieses arrogante Gimmick hat und dieses arrogante Showing hat, muss man dazu sagen, finde ich, hat es die WWE oder NXT hier in dem Fall wieder mal geschafft, trotzdem dieses Gimmick so zu verkaufen, nicht wie zum Beispiel im SmackDown Main Event, dass man Matches nicht klar gewinnen kann und das hat man bei Root geschafft und deswegen feiere ich auch, wie sein Showing ist, auch sein Style, wie du gerade schon gesagt hast, ich habe auch damals schon einen Triple H dafür gemocht, für diesen Style, ich mag das einfach und ja, diese Parallelen gibt es da definitiv zwischen den beiden und deswegen denke ich, er darf hier clean gewinnen und wird dann halt den Titel an Roderick Strong abgeben, habe ich ja schon vor einiger Zeit gesagt, er wird für mich definitiv Mr. NXT werden, auf kurz oder lang und deswegen natürlich braucht er dann auch den Titel und Root muss ja auch ins Main Roster, von daher macht das nur Sinn, das so zu machen. Wie war so ein gutes Sprichwort von mir, ich weiß nicht mal, wo das war, Root ist so gut in dem, was er tut. Finde ich persönlich immer noch geil, natürlich, also Root ist er vom reinen Gimmick her, als wenn Triple H und Rick Flair ein Kind gezeugt hätten, das ist wirklich verblüffend, aber er muss ja nichts Schlechtes sein, also er zieht natürlich und ich bin Fan von seinem Gimmick selber, er bringt das sehr gut rüber, also er ist praktisch, er selbst kann man sagen, er fühlt sich richtig wohl, das merkst du und er ist auch gern Heal, das war er immer schon, auch schon zu TNA-Zeiten, einfach super, also da kann man ihm definitiv nichts absprechen und er hat auch neben dem Theme-Song von Nakamura oder die Entrance von Nakamura den Most Over Entrance aktuell und joach, das war die Preview zu NXT Takeover Brooklyn 3 ist es auf jeden Fall für mich wie immer eigentlich kein Match dabei, wo ich sage, boah, muss ich nicht haben und ich glaube, dass jedes Match mindestens das Potenzial hat, gut zu werden. Ja, definitiv, also ich freue mich auf das komplette Event, wie eigentlich auch wieder bei jedem Takeover, muss man ja wieder dazu sagen und ja, die Punkte hatten wir schon angesprochen, Aufbau natürlich manchmal nicht ganz so, aber Matches haben immer abgeliefert, von daher muss man sich darauf freuen und ja, wird wahrscheinlich nochmal einfach ein schöner Anheizer wieder für den Slam dann werden, für den Summer Slam. Ha, Anheizer hat mir gefallen. Ja, ja, danke, danke und treibt aber vielleicht auch wieder die Erwartungen hoch, auch das hatten wir ja in der Vergangenheit, wenn es ein Takeover Event gab, dass man dann an das Main Roster höhere Erwartungen stellt, die dann nicht immer erfüllt wurden und ja, deswegen freue ich mich einfach generell auf dieses Wrestling-Wochenende, es wird gut werden, ich will da positiv rangehen, nicht nur NXT wird gut werden, sondern auch der Summer Slam und deswegen bin ich da einfach gehypt. Ja, denk mal, das kann man auf jeden Fall so stehen lassen, Takeover Brooklyn kann kommen, ich bin auch ready dafür und mal gucken, ob sich die Qualität über die Quantität der Matches durchsetzen wird, wie eigentlich meistens. Ich glaube nämlich, dass, ich sag mal, zweieinhalb Stunden Takeover qualitativ besser werden könnten als sechs Stunden Summer Slam inklusive 13 Matches und erst mal der perfekte Übergang geschaffen, Leute WWE oder liebe WWE, habt ihr eigentlich einen Arsch offen, 13 Matches, klar, Kick-Off-Schul ist mit einberechnet, 13 Matches in sechs Stunden, das sind umgerechnet, ja, zwei, ein Achtel Matches, ungefähr oder zwei, ein Viertel, ich bin jetzt nicht der größte Kopfrechner, also rein von der Zeit her sollte es halbwegs möglich sein, aber ganz ehrlich, 13 Matches, hat es jemals so eine große Matchanzahl bei einer WWE Show gegeben, ich glaube nicht mal ein Mania in den letzten zwei Jahren hatte so viele Matches und so war es ja nicht wirklich möglich, weil nie ein Event länger als drei Stunden ging sonst, außer die Manias, aber die kamen da auch von der Anzahl nicht drauf ran und bevor wir jetzt auf die Matchcard eingehen, die sich irrsinnig lange zieht, wo ich eh schon wieder kotzen könnte, aber ich könnte auch über viel mehr Sachen kotzen und zwar über die Platzierung mancher Matches auf der Card, um mal das kurz zu machen, wir haben Matches wie Randy Orton, Rusev und Big Cass gegen Big Show, zwei Matches, die voller Relevanzlosigkeit nicht irgendwie mehr strotzen können und dann packst du vermeintliche Showstealer wie das Cruiserweight Title Match und das vor allem, was mir am meisten weh tut, das Smackdown Tag Team Title Match in die Kickoff Show. Da blutet mir wirklich das Wrestling Herz und da denke ich mir echt, WWE, was habt ihr ohne Witz bitte versucht nachzudenken, um diesen Einwand hier wieder zu bringen. Aber ich möchte gleich mal mit dem Match anfangen, dass ich gerade so, dem ich so trauig gerade hinterher weine, es leider in der Kickoff Show sehen zu müssen. Nämlich, wir beginnen mit dem WWE Smackdown Tag Team Title Match. Die Champions der New Day verteidigen den Titel gegen die, wie ich finde, absolut grandios dargestellten Usos. Für mich, gerade das für mich most entertaining Tag Team aktuell, würde ich sogar fast schon so sagen. Ja, 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 ja schon. Die Usos sind aktuell in ihrer Rolle am Aufgehen ohne Ende und nachdem wir auch hier Xavier Woods und Big E antreten, ist das auch mal so ein bisschen eine neue Paarung bei den New Day, die man jetzt nicht allzu häufig sieht. Entweder waren es Xavier Woods oder Kofi Kingston oder Kofi Kingston und Big E. Diesmal eine andere Kombi, gefällt mir sehr gut, vor allem weil ich von Xavier Woods im Ring sehr, sehr viel halte, ist sehr underrated, wie ich finde. Und die Usos als Heels im Ring sind sowieso aktuell sehr, sehr klasse. Also verkaufen dieses einfach, ich sag mal, Badass-Street-Gimmick sehr gut und passende Moves gibt es natürlich dementsprechend dazu auch, auch ein bisschen mehr Submission-lastig, viele Kicks, super. Also hier verbrät man einem ja fast schon das potenzielle Match of the Night, muss man einfach so sagen, im Kick-Off. Finde ich sehr, sehr schade. Ich hoffe, dass die zumindest so 10 bis 15 Minuten Zeit kriegen. Der Aufbau erstreckt es sich jetzt einfach schon über Monate und was man da auch dazu sagen muss, die Fede, die war nie langweilig. Also die hat mich immer unterhalten, man hat das immer wieder abgewechselt mit Backstage-Segmenten. Es gab dieses absolut geile Rap-Battle da vor einem Monat, glaube ich. Dann hattest du zwischendurch immer wieder mal Matchs zwischen denen. Du hattest einfach auch diese Angriffe von den Usos, meistens vor der Entrance, Ramp meistens schon oder Backstage. Also du hast das immer gut gemischt und es wurde nie langweilig und das ist für mich einer der besten Tag-Team-Fäden der letzten Monate, wenn nicht sogar Jahre. Es ist simpel, aber sehr effektiv und das ist, wenn ich mir jetzt die Karten so angucke, würde ich fast sogar sagen, dass das fast das zweit, erstens nicht nur zwei beste Matches abends sein könnte nach dem Main Event, sondern für mich auch vielleicht das zweitmeist erwartetste Match, wo ich sage, ich bin drauf gehypt, ich will das sehen und umso trauriger, dass es leider im Kick-Off stattfinden wird. Zum Sieger, ich gehe jetzt mal auf den Außenseiter-Tipp und ich sage, dass sich die Usos die Titel zurückholen werden. Oh, okay, okay. Ja, also gebe ich dir natürlich recht, ob das Pre-Show würdig ist, dieses Match, lässt sich definitiv darüber streiten, also bin ich auch ganz klar der Meinung, nein. Alleine, weil es die WWE immer wieder doch geschafft hat, eine Fede so lange gut rüber zu bringen, was ich generell eigentlich immer gut finde, wenn da ein bisschen mehr Basis ist für so ein Match und ein bisschen mehr Grundlage, finde ich an sich gut. Natürlich hatten wir die Paarung auch schon, spielt vielleicht nicht mit eine Rolle, aber gut, auf der Main-Card hatten wir auch schon eine Paarung, zumindest auf jeden Fall. Und deswegen, ja, weiß ich nicht, aufbautechnisch absolut richtig, sehr, sehr schön umgesetzt in der letzten Zeit, muss man ja wirklich sagen. Aber dadurch ist halt so eine Rivalität einfach, finde ich, glaubhafter, dass man wirklich sagt, okay, die können sich wirklich nicht leiden und da ist schon einiges vorgefallen. Finde ich richtig gut. Auch die Usos, ganz klar, muss ich dir recht geben, also diese Neuerfindung der Usos, die ja längst überfällig war, die tut sowas von gut. Uns allen, den Usos natürlich, ist recht. Und, ja, schwierig, echt schwierig, was jetzt hier einen Sieger angeht. Ich würde eher auf New Day tendieren, einmal deswegen, weil sie die Titel jetzt noch nicht wieder so lange haben und ich da jetzt nicht so fern davon bin, dass der Titel wieder dauerhaft hin und her wechselt. Und zweiter Punkt ist, ich könnte mir vorstellen, ja, dass man auch hier wieder das Face-Team, was man bei New Day gut bringen könnte, so ein bisschen Antlinen gewinnen lässt. Vielleicht ist auf einmal Kofi im Ring und erzielt den Pin oder so und der Ref blickt einfach nicht mehr durch, durch Chaos vorher, irgendwie so eine Geschichte halt. So auf jeden Fall, dass die Usos weiterhin... Oder Hausfarbe, meinst du? Nein, das wollte ich jetzt nicht sagen. Sorry, den kraft ich raus. Und dass es dadurch dann halt diese Verwirrung einfach gibt und die Usos weiterhin, auch die Fede hoffentlich weiterführen können noch, weil, ja, ich finde, wenn, dann könnte man diese Fede gut mit einem Gimmick-Match beenden, auch weil wir eben halt diese Paarung schon mal hatten und so oft hatten, vielleicht auch schon. Ja, könnte ich mir einfach vorstellen, dass man das bei New Day bringt und ich hoffe nicht, dass ja auch weiterhin die Gefahr, Sprichwort Tag Team Division, dass man jetzt hier wieder Richtung Split geht oder Healturn vielleicht sogar, was New Day angeht, auch das wird hier immer mal wieder gerüchtet. Dafür sind die Usos einfach ein zu gutes Heal-Team, finde ich, dass man das bringen müsste und deswegen denke ich eher, das schadet denen nicht, wenn die da jetzt Dirty, in Anführungsstrichen, einfach unclean gewinnen. Die feiern das trotzdem, so wie die drauf sind und ja, deswegen würde ich da auf den Titelverteidigung gehen. Okay. Ich sehe es halt nicht als Indiz an, das Match ist in den Kick-Off, deswegen wechselt der Titel nicht. Ich denke persönlich einfach aus Bauchgefühl an den Titelwechsel und einfach, weil ich mir vorstellen kann, dass man die Fede eben noch länger zieht, weil es erstens noch nicht langweilig wird und zweitens, die hatten zwei Pay-Per-View-Matches bisher, einmal eben bei Man in the Bank, glaube ich, und dann einmal bei Battleground. Jedes Mal hat sich die Match-Qualität gesteigert und ich bin mir sicher, dass die auch hier wieder absolutes Feuerwerk abbrennen und hier hast du wieder den Vorteil, dass die New Day in verschiedenste Konstellationen antreten kann und so hast du immer wieder so eine gewisse Frischheit und auch Neurwertigkeit in den Matches drin. Deswegen stört mich auch hier oder würde es mich nicht stören, wenn du die Fede noch ein, vielleicht zwei Pay-Per-Views dann noch ziehst, um, wie du schon gesagt hast, um ein Gimmick-Match einfach ganz zum Schluss rauszuhauen. Kann man ein Tag-Team-Leader-Match sein. Ey, bei denen vier oder fünf Beteiligten in dem Fall, bitte her damit. Also, das wäre, würde ich richtig, richtig feiern und generell die Usos für mich aktuell fast das heißeste bei Besmeckt, an was es gibt. Da fängt es an beim geilen Entrance-Themes, der jetzt noch ein bisschen mehr optimiert wurde und einfach mit diesen Catch-Races, die sie haben und man merkt das schon so ein bisschen, die gehen in dieser Heal-Rolle sowas von auf. Sie können ein bisschen natürlich auch am Mikrofon sein, nicht dieses, hey, wir sind die Good Guys, sondern die können einfach mal auf die Kacke hauen, einfach mal Badass drauf sein und das liegt ihnen richtig und das freut mich auch, dass sie sichtlich Spaß auch in ihrer neuen Rolle haben und den Judi hat das sowieso und das spürst du auch direkt, das springt sofort auf eine Fede über und alle Beteiligten haben einfach da direkt ein bisschen mehr Leidenschaft auch drin. Das spürst du und umso schade finde ich es einfach, dass das Match dann halt leider im Kick-Off versauert, während du Big Cass und Big Shaw auf der Main-Card hast oder Randy Orton gegen Rusev oder auch Naomi gegen Natalia, nichts gegen die Frauen, aber das Match oder diese drei Matches könntest du locker in den Kick-Off schieben, einfach weil sie relevanzloser nicht sein könnten. Aber gut, dazu, zu dem Rant komme ich dann später sowieso. möchtest du noch was zu dieser Paarung sagen? Ja, für ein Kick-Off-Match freue ich mich erstaunlich drauf, was normalerweise nicht so der Fall ist und ja, vielleicht liegt das bei den Usos so ein bisschen in der Familie, das Badass-Gimmick und Heel sein, wer weiß, wer weiß. Kann natürlich sein. So, kommen wir zu einem weiteren Titelmatch und zwar WWE Cruiserweight Title Match, der frisch gekrönte Champion Akira Tozawa, Mitglied des Titus Brands Worldwide gegen den enttronten King of the Cruiserweights Neville. Welche schöne Metapher gerade. Ja, für viele überraschend natürlich, dass sich Akira Tozawa bei der Raw-Ausgabe bei der Go-Home-Show in Boston sich den Titel holen konnte von Neville. War übrigens ein schönes Match, also an der Matchqualität konnte ich nichts aussetzen. Die Frage ist, warum man das jetzt schon bei Raw gebracht hat, einfach weil man vielleicht wusste, dass das Match im Kick-Off stattfinden wird und man wollte, dass, wenn schon ein Titelwechsel geplant war, dass man das zumindest prominenter bei Raw darstellen oder einfach zeigen wollte, anstatt das einfach dann in der Kick-Off-Show zu zeigen, wo vielleicht nicht jeder draufschaut, nicht jeder einschaltet. Man weiß es nicht, ich bin jetzt nicht so ein Gegner davon, dass Tuzawa jetzt den Titel hat, allerdings hätte ich mir trotzdem eine längere Regentschaft von Neville gewünscht beziehungsweise auch vielleicht einen anderen, der ihm den Titel abnimmt, also so ein Cedric Alexander, den man vorher vielleicht ganz gut aufbaut oder keine Ahnung, Austin Aries wäre eigentlich so ein Kandidat dafür gewesen, verstehe ich bis heute nicht, warum ausgerechnet der es nicht schaffte, aber gut, ist jetzt eh hinfällig. Ja, auch hier können wir uns eigentlich wieder ein gutes Match erwarten und auch hier finde ich es schade, dass man es im Kick-Off verbrät und ja, des Weiteren ist eigentlich nicht mehr viel dazu zu sagen, außer dass Tuzawa höchstwahrscheinlich den Titel verteidigen wird. Man könnte natürlich auch hier keine Ahnung Titel rückgewinnen, aus welchen Gründen auch immer von Neville erwarten, keine Ahnung warum man das tun sollte, allerdings in den letzten Monaten ist die WWE sowieso so unberechenbar wie kaum sonst, also mal gucken. Also ich erwarte das, also ich tue das wirklich, weil er einfach die Division dominiert ohne Ende, weil er der Beste in der Division momentan ist, weil ich mir mit ihm wesentlich bessere zukünftliche Fäden vorstellen kann, als Champ dann natürlich auch und eben auch, weil es halt so ein Überraschungssieg war bei Raw und jetzt einfach so nach dem Motto jetzt wird es wieder gerade gebügelt, könnte ich mir vorstellen. Generell bin ich halt kein Freund dieser Titel rumwechseln, aber so nach dem Motto, okay, er hat einen schlechten Tag, hat das Match verloren und ist dadurch jetzt noch aggressiver, noch dominanter und holt sich einfach seinen Titel zurück, würde ich mir einfach wünschen, muss ehrlich sagen, auf das Match bin ich weniger gehypt, also darauf freue ich mich jetzt nicht so riesig, ja, erwarte einfach wie gesagt, dass Neville eine sehr, sehr aggressive Art wieder an den Tag legen wird und sich seinen Titel dann zurückholen wird. Okay, also ich tippe auf jeden Fall auf eine Titelverteidigung, du auf einen erneuten Titelwechsel, also hier wird es spannend zu sehen sein, wer sich dann im Endeffekt dann in den Kick-Off oder im Kick-Off die Gürtel Hohl verteidigt, apropos Gürtel Titel verteidigen, der Mist ist eine arme Saune, wird als IC Champ, als eigentlich gerade mit einer der besten Heels in der WWE, einfach beim zweitgrößten Pay-Per-View in den Kick-Off gestellt, in wahrscheinlich eines der irrelevantesten Matches auf der Card, also das ist richtig, richtig anlackig gelaufen und Schuld ist der Sohn von Kurt Hengel, wenn man das so sagen kann. Nee, kommen wir einfach mal zum Ernst der Lage, also es gibt ein Six-Man-Tag-Team-Match und zwar Jason Jordan und die Hardys gegen die Mist Tourage, nämlich Baudelis und Curtis Axel und eben der IC Champion Demis. So, wie hat sich das Match eigentlich urplötzlich zusammengestellt? Es war dann eigentlich so, die Hardys sollten im Prinzip gegen die Revival dann bei Mania wollte ich schon sagen, beim Summerslam antreten. da kam da kam dann allerdings leider Gottes von ich glaube Dash war es, der Schweiler, der sich verletzt hat und der wahrscheinlich bis Ende des Jahres ausfallen wird, kam es halt nicht zu dem Match und nachdem es ja dann Backstage dann bei Raw irgendwie so ein fast schon künstlich irgendwie zusammengewürfeltes Ding gab, wo es halt dann auch ein 3-on-3, also ein Six-Man-Tag-Team-Match halt auch gab, ja, hat man das selber noch mal hier beim Summerslam und ja, irgendwie sollte es ja auch den Mist gegen Jason Jordan beim Summerslam nur einen IC-Title geben, zumindest wurde das gerüchtet, aber ich glaube, man hat da relativ schnell gesehen, aufgrund der nicht so super Reaktionen für Jason Jordan, dass man das gerade in Brooklyn nicht bringen kann, weil Mist würde abgefeiert werden und das vermeintliche Babyface, der Sohn von Kurt Angle ausgebucht, er wird bei den normalen Weeklys schon ausgebucht und man kann sich dann ungefähr ahnen, was dann in Brooklyn schickt gemacht, dass man Jordan so ein bisschen versteckt, allerdings dürfte der Baby auch klar sein, dass man mit Jason Jordan, ich sage gleich mal im Vorhinein, der Plan ist gescheitert, die Storyline war von Tag 1 zum Scheitern verurteilt, vielleicht überraschen sie mich noch, die liebe Baby, die lieben Booker von Raw, aber ich sehe da kein Land mehr für Jason Jordan, um ehrlich zu sein, hier als Sohn von Kurt Angle, diese Storyline ist für mich gleich mal, bevor das Auto gestartet ist, wurde der Karren schon in den Graben gefahren, gegen die Wand gefahren und das Ganze vergessen, also das ist ja Schadensbegrenzung, was man macht, auch dass die Hardys irgendwie im Kickoff landen, muss ich persönlich sagen, tut mir nicht weh, also wenn die nicht broken turn irgendwann mal, sind die für mich einfach uninteressant, du hattest den Hype von Mania, okay, dann noch ein paar Wochen danach, sie hatten ein gutes 30 Minute Iron Man Match gegen Cesaro, aber das war's, die Hardys sind für mich, ganz ehrlich, das klingt jetzt hart, langweilig, extrem, nicht sagen, sind halt die Hardys Leben von ihrem Ruf, von ihrem Status und das war's, deswegen würde ich mir liebend gerne einen Sieg der Miss zu raschen und dem Miss wünschen, was aber nicht passieren wird, weil es sind die Hardys und es ist auch Jason Jordan, der auserkorene Sohn von Kurt Angle, ja, deswegen wird das, glaube ich, ein schnelles Ding werden, ich sage einfach mal, Kurtis Axel frisst den Pin von einer Swanton Bomb von Jeff Hardy und das Ding ist gegessen, Mitleid für dem Miss, Mitleid eigentlich auch für Jordan, der für die ganze Scheiße nix dafür kann, Hardys, die mir ehrlich gesagt am Arsch vorbeigehen und Bo Dallas und Kurt Axel, wo ich mich aber freue, dass sie mal beim SummerSlam Match haben. Ja, das stimmt, das ist echt noch das Positive, er tut mir natürlich im Herzen weh, einen Miss da zu sehen, wo er da jetzt steht, verdient er absolut nicht, natürlich, sehr, sehr schade, klar, das Ganze soll auf das Match mit Jason Jordan hinauslaufen, was wir definitiv bekommen werden, EA-Pipe und vor allen Dingen, ich ahne da Übles, aber egal, dazu kommen wir dann, wenn es dann soweit ist, was sollen wir jetzt schon scheiße reden, bevor Scheiße da ist. Ja, gebe ich dir absolut recht, was die Hardys angeht, definitiv langweilig, wer weiß, vielleicht hören sie ja nach dem Match gegen Jason Jordan, wobei das dann auch wieder in die Hose geht mit der Crowd und sie Pops ziehen, aber ja. Ich wollte gerade sagen, das wäre eigentlich kontraproduktiv. Aber vielleicht will man das ja, vielleicht will man das ja genau, weil man will ja eigentlich, finde ich, oder denke ich, dieses Broken-Gimmick, ob man das unbedingt in die Heal-Richtung bringen muss oder will bei der WWE, da bin ich mir nicht so sicher und gegen wen könntest du es eigentlich besser machen dann als gegen Jason Jordan, wenn man es so sieht, weil er wird eh ausgebucht werden als Face, der WWE ist es egal, das kennt man ja schon mittlerweile und es wird einfach dann eh nicht mehr thematisiert werden, von daher wäre das jetzt vielleicht gar nicht mal so unmöglich, ist jetzt zugegeben eine sehr spontane Idee von mir, aber wer weiß, denke ich aber auch eher nicht, ich denke, es wird wirklich ein cleaner Sieg, wahrscheinlich darf Jordan sogar den Pin sich holen, gegen, ja, ich hoffe nicht gegen Samus, gegen irgendjemand anderes, ist mir egal, schade. die Fede meint er, die Single-Fede. Ja, weil, du hast ja halt wirklich gerade den Punkt angesprochen, dass vielleicht Jordan wirklich den Sieg bringt, einen Pin an Miss einfährt und somit sagt, hey, also bei Raw, ich habe dich gepinnt im Kick-Off-Match, beim Six-Men-Tactic-Match, ich hätte ja eigentlich so irgendwie eine Titel-Chance offen und das dann vielleicht sogar bei Raw after SummerSlam, dann beim Titel-Match, vermeintlich im Titel-Match, dann vielleicht auch sogar noch Jordan das Ding gewinnt, ich würde es der WWE so zutrauen. Also, nochmal, nix gegen Jordan, er ist gut im Ring und im Tag Team mit American Alpha absolut super und feiernswert, aber in dieser Rolle, wo er wirklich gerade reingepresst wird und uns den Rachen runtergewürgt wird, das ist einfach nicht, das ist nicht gut, das ist nicht gut für ihn, er tut mir leid, aber ich will das definitiv nicht sehen. Ja, also, gebe ich dir recht, er hat es drauf im Ring, auf jeden Fall, aber ihm fehlt einfach für dieses Selling von so einer Rolle, fehlt ihm einfach, finde ich, das Charisma auch da irgendwo, das gut zu verkaufen und ja, dann ausgerechnet auch noch in eine Fede gegen einen Semis, der eben genau das alles hat, das ist schwierig, das ist einfach schwierig für ihn, ganz klar, aber anscheinend plant man halt so groß mit ihm, zumindest momentan noch, von daher kann ich mir gut vorstellen, dass man ihm wirklich leider den Titel geben wird, aber wer weiß, das kommt dann alles noch, wenn es soweit ist, denke jetzt einfach hier, klar, auch Kick-Off-Show, Face-Team darf sich den Sieg holen, Miss Tourage und generell schadet jetzt eine Niederlage auch nicht, weil sie einfach auch kein Standing haben, so wie es mir tut, und von daher wird man das so über die Bühne bringen, ja, leider. Joach, das war eigentlich die Kick-Off-Show, zumindest die Besprechung der Kick-Off-Show zum Summerslam, muss man aber dazu sagen, alle Matches haben wirklich Zeug dazu, gut zu werden, vor allem die beiden Titel-Matches, also man kann da durchaus eine gewisse Kurzweiligkeit erwarten, deswegen werde ich mir auch seit langer Zeit wieder mal die Kick-Off-Show geben, nicht nur, weil halt wirklich auch Titel-Matches dabei sind, also hier ist wirklich was Relevantes, auch Gebot, muss man auch mal dazu sagen, aber auch so, wenn ich sage, ich nehme jetzt keine Live-Actions auf, würde ich mir die trotzdem geben, also verspricht auf jeden Fall gut zu werden, die Geschichte, was jedoch nicht so wirklich verspricht gut zu werden, sind Teile der Main-Card auf dem Summerslam. Wo soll ich denn anfangen? Ich fange mal beim vielleicht sogar vermeintlichen Opener an, ne, wir gehen das jetzt alles mal chronologisch durch, vielleicht mal bei was Positiven, und zwar den WWE Raw-Attack, Team-Title-Match, zwischen den Champions Cesaro gegen, ja, zwei Drittel der Shield, Dean Ambrose und Seth Rollins, und dir muss ich sagen, das ist vielleicht das bestaufgebauteste Match der Card. Super. Also das ist wirklich, bei Raw hat man das super durchgezogen mit Ambrose und Rollins, die, wo halt Ambrose immer wieder verweigert, hey, ich will dir eigentlich nicht helfen, muss aber, weil sonst stehe ich eigentlich wie das Arschloch da, und Rollins will halt zeigen, dass er sich verändert hat, und Rollins hält ihm halt die Shield-Faust hin, Ambrose verweigert, dann gibt es die Woche später mehr oder weniger das Umgekehrte, dann verweigert Rollins, dann letzte Woche bei Raw gab es ein Hin und Her, es gab sogar ein Brawl zwischen den beiden, dann kam Cesaro nochmal raus, mischte sich da auch noch ein bisschen mit ein, und dann mehr oder weniger unter riesigen Pop, muss man auch dazu sagen, die, ich sag mal, zwei Drittel Reunion der Shield. Super. Also super aufgebaute Fede, ich bin sehr, sehr zufrieden, durchaus gehypt auch, und das könnte zumindest auf der Main Card, der potenzielle Showstealer werden mit dem Main Event, also bei der Tag Team Title Matches und der Main Event sind so für mich die drei Matches, wo ich mir zumindest von der Qualität am meisten verspreche, was irgendwo auch für die Tag Teams spricht, die aktuell gerade da in den Title Picture stehen, aber recht viel mehr Tag Teams hast du auch nicht wirklich, zumindest auf der SmackDown Seite, aber für den Moment ist das auf jeden Fall eine ziemlich coole Geschichte, und ja, wie gesagt, der vermeintliche Opener, zumindest gehe ich jetzt einfach mal davon aus, wird sehr gut werden, und es wird hier mit ziemlicher Sicherheit einen Titelwechsel geben. Ja, das sehe ich auch so, also ich denke schon, dass sich hier The Shield light, sage ich jetzt einfach mal, die Titel holen wird, einfach wegen dem Hype natürlich, ich tue mich halt so ein bisschen schwer an der ganzen Geschichte, weil es für mich so offensichtlich ist, wo man hin will, sprich, man gibt den beiden dann einen Run natürlich als Champions, Ambrose Heal-Turn, ne? Genau, genau, das wird man bringen, sind wir ehrlich, ein Reigns wird niemals wieder im Shield auftauchen, weil das ja jetzt auch gerüchtet wird, dass es eventuell die Reunion wieder komplett geben wird, wird es denke ich nicht geben, dass man da jemals wieder ein Reigns mit reinstecken wird, und ja, wie du gerade schon gesagt hast, dann irgendwann turnt Ambrose dann überraschend Heal, und dann haben wir wahrscheinlich zu Mania das Match der beiden, Hype, es ist halt sehr vorausschaubar. Naja, aber gut, ein Ambrose als Heal und ein Rollins als Gegenparts. Nein, das sage ich nicht, aber es ist halt so, finde ich, das finde ich halt so, dass man so voraussehen kann, wo man da hin will, wie man das Ganze aufgebaut hat, vielleicht überraschen sie mich auch, will ich jetzt nicht sagen, also da ist die WWE schon manchmal in der Lage, doch noch das Ruder rumzureißen, aber ich denke, da wird es drauf hinauslaufen, und dementsprechend brauchen sie jetzt natürlich erstmal die Titel, jetzt ist es ja wirklich so, ich weiß nicht, wie viele Monate ich es schon sage, dass Sheamus ja seine Auszeit nehmen wird, um einen Film zu drehen, jetzt angeblich einmal wieder ist er kurz davor, oder jetzt soll es ja endlich soweit sein, von daher, klar, werden sie hier die Titel abgeben, aufbautechnisch gebe ich dir aber recht, klar, auch hier wieder ein bisschen längerer Aufbau, wir hatten einfach diesen, ja, den Aufbau im Shield Light Tag Team und auf der anderen Seite aber auch mit Gegnerbezug, was ja auch oft bei der WWE sonst fallen gelassen wird, dass man sich rein auf diese Story konzentriert hätte, nein, hat man diesmal nicht, also von daher auch mal Props an die Ryder, was das angeht und freue mich auf das Match, definitiv, wird auch, denke ich, von der Crowd gut angenommen werden, wenn die sich halt die Titel holen, das wird schon gefeiert werden und ja, darauf freue ich mich erst mal, bevor dann vielleicht das Ende irgendwann naht. Muss auch mal dazu sagen, Vorhersehbarkeit muss ja nicht immer schlecht sein. das nicht. Aber du hast natürlich schon recht, also es ist sehr, sehr offensichtlich, wo man raus will, aber ich bin ehrlich gesagt auch froh, dass man dann vermeintlich Ambrose früher oder später als Heel sehen wird, denn als Heel hat man ihn zumindest als Einzelwrestler noch nie so wirklich gesehen und man muss auch dazu sagen, auch ein nicer Side-Effekt, ha, habe ich den wieder rausgeknallt, Side-Effekt, Ambrose wäre dann der erste Grand Slam-Gewinner von The Shield, also er wäre dann mit dem Tag Team Champion Titel gewinn, mit dem vermeintlichen, hat den US-Title schon damals zu The Shield-Zeiten, war mehrfacher IC Champion und war auch letztes Jahr WWE Champion, war auch Mr. Money The Bank Gewinner, hätte er damals jetzt noch vor eineinhalb Jahren den Royal Rumble gewonnen, da wo er als letztes gegen Triple H im Ring gestanden wäre, wäre er eigentlich der Most Decorated Shield-Member gewesen oder ist er eigentlich von dem Titel dann somit auch, hätte man sich auch nicht wirklich gedacht, ne, so vor zwei Jahren, als sich der Shield so gesplittet hat oder vor drei Jahren mittlerweile, sehr, sehr interessant. Gut, kommen wir zum nächsten Match oder ich, wir kommen jetzt mal zu vier Matches, die mich eigentlich nicht so die Bohne interessieren, wo zumindest, mindestens zwei davon eigentlich mit zwei Matches auf der Kick-Off-Show-Card getauscht werden hätten müssen. Da hätten wir zum einen Big Cass gegen Big Show mit Enzo Mohr im Shark Cage, Entschuldigung, da habe ich nicht vergessen, ganz wichtig, ganz ehrlich, ich will dazu nichts sagen, ich will dazu nichts sagen, Big Cass gewinnt das Ding, ich finde, Enzo Mohr ist lächerlich, Big Show, ja, okay, vielleicht in der Form seines Lebens, aber Big Show tut mir hier leid, als irgendwie neuer Freund von Enzo herhalten zu müssen und Big Cass ist für mich nach dem Split, weißt du was, das Problem ist einfach, was ich sehe, man hätte nach dem ersten Match zwischen Enzo und Cass hätte man die Fälle beenden, und Cass hat Enzo zerstört, du hättest dann vielleicht Enzo irgendwie als Einzelwrestler vielleicht irgendwie aufbauen können, maximal Mid-Card oder gleich zu NXT zurückschicken, keine Ahnung, aber das, was du jetzt machst, ist einfach künstliche raus- oder hinaus- Zögerei und das merkst du hier und das mit Big Show, alleine Big Show und Cass in einem Singles-Match, sorry, da platzt mir echt ein Ei, da kriege ich Aggressionen, das ist ganz... Wir sind beide groß, hallo, wir sind beide groß, ja, Big Show und Big Cass und Big Apple, ja, nice, super, und Enzo Mohr hängt über mit dem Shark Cage oben drüber und plumpst dann auf Big Show runter, weil die Kette reißt, keine Ahnung, ist mir egal, was hier passiert, Big Cass wird wahrscheinlich das Ding gewinnen, Big Cass überzeugt mich übrigens auch nicht seit dem Split, also er hat bei den Promos manchmal Gute dabei, manchmal Aussetzer, er ist im Ring jetzt nicht wirklich gut, beide waren halt für mich wirklich nur als Tag Team unterhaltsam, bei dir sowieso nicht, das weiß ich, aber zumindest als Tag Team haben sie in meinen Augen halbwegs gut funktioniert, aber ich sehe bei beiden als Singles-Wrestler sehe ich da wirklich kein Land und deswegen interessiert mich diese Fede nicht, mich interessiert auch diese Fede mit Big Show nicht wirklich und ich will, dass die Fede vorbei ist, Big Show soll auch einen Film drehen, Enzo soll zu NXT gehen, Big Cass von mir ist auch wieder ja, seine Meinung dazu. Ja, ist ähnlich, was das angeht, wobei wir schon ein paar Möglichkeiten haben, die man vielleicht nicht ganz außer Acht lassen sollte, also generell ist diese, die ganze Fede ist natürlich darauf aufgebaut, um Cass zu pushen, ganz klar, war sich von Anfang an, da heißt es ja immer noch, man hält größte Stücke auf ihn und will da was, ja, ihn einfach pushen und aufbauen in Zukunft und dafür war Big Show einfach da, was finde ich erstmal okay ist, dass man das bringt. Vince McMahon likes Big Sweaty Men. das wird immer so bleiben, von daher verständlich, dass er das mit ihm dann machen will. Ja, und das Big Show, das macht, ja, dafür ist er nun mal momentan noch in der WWE. Dann muss man halt, dass das Ganze mit Enzo, dass er da in den Shark Cage gehangen wird, wobei auch da wieder diese perversen Gedanken der WWE eine Rolle spielen, dass man ihn damit bestrafen möchte, da er Höhenangst angeblich hat, ohne Ende. What? Ja. Also angeblich. Das ist jetzt nicht dein, also nicht dein Ernst, bist du schon klar, dass du das jetzt hier normal sagst, aber das kann jetzt nicht der WWE dessen Ernst sein, oder? Also sind News, die ich zumindest gelesen habe, besagen halt, dass man Enzo wegen seinen ganzen Backstage-Scheiß bestrafen möchte, wie er sich im Bus verhält und generell Backstage-Leute einlädt und so weiter und so fort. Ja, dass man ihn deswegen, das ist der einzige Grund, dass man überhaupt diese Stipulation bringt, um ihn damit wirklich zu bestrafen, weil er angeblich sogar sehr starke Höhenangst hätte und das halt die, ja ich sag mal, perversen Gedanken da der WWE sind, was ich selbst, da ich auch Höhenangst habe, natürlich nicht nachvollziehen kann und nicht in Ordnung finde, so sehr ich Enzo auch nicht mag, kann man das anders machen, finde ich, und angeblich er eh nur noch in der WWE bleibt, weil er eben gut Merch verkauft und ein super Mike-Work hat. Ganz ehrlich, wenn man dann so eine Einstellung hat, dann soll man Leute rausschmeißen und dann nicht auf sowas achten, nur weil man dann vielleicht Angst hat, dass sie bei der Konkurrenz ein paar T-Shirts verkaufen oder was auch immer. Ich wollte gerade sagen, ich finde das, also wenn dem wirklich so sein sollte, finde ich das extrem unprofessionell von der WWE. Klar, Enzo mag seinen Scheiß bauen und vielleicht auch zu Recht aus dem Bus geworfen sein und ja, vielleicht reißt Enzo sein Maul wirklich zu weit auf und macht viele Dinge nicht richtig, aber dann, wie gesagt, wie du schon gesagt hast, dann soll sie ihn rauswerfen, suspendieren oder Geldstrafe, scheißegal, aber irgendwas, wovon du halt nicht direkt mitbekommst, aber direkt das Ganze nur wegen dem, das so zu verbauen, wenn das wirklich stimmen sollte, also das wäre wieder mal, also das wäre ein unterirdisches Niveau und sorry, das ist für mich auch wieder so eine Anti-Bulli-Campaign-Bullshit, dass eigentlich die Doppelmoral der WWE eigentlich widerspiegeln würde, weil das ist eigentlich, wenn man es genau nimmt, auch eine Art von Mobbing, wenn man Leute zu seinen Ängsten zwingt, natürlich kann man jetzt so viel rein spekulieren, natürlich kann es auch jetzt alles Bullshit sein, was da berichtet wurde, aber jetzt rein die Vorstellung, dass die WWE sowas machen würde und ich würde es denen auch zutrauen, das wäre ein hartes Stück Holz, Junge, Junge. Naja, aber kommen wir dann zu dem, was ich vorhin sagte, das Positive, was ich da drin sehen will, wer weiß, vielleicht stellt man Cass ja auch den Club an die Seite, auch das ja, wird zumindest gerüchtet, oder hat man ja schon angedeutet, was finde ich auch sogar passen würde, also weil der Club momentan jetzt auch nicht so das Showing hat, dass man sagt, wow, aber die drei zusammen, wer weiß, vielleicht kann man da noch so ein Heels-Dable bauen oder, letzter Punkt, der gerüchtet wird, Enzo turned Heel, wir haben doch wieder das heiß begehrte Tag Team, nur diesmal als Heels, wobei das absolut keinen Sinn machen würde nach diesem Aufkommen. Es würde es doch keinen Sinn machen, ich würde es abfeiern, weil das ist das einzig Gute, was du dann noch anstellen kannst. Ja, aber nicht so, wie man das jetzt auch in der letzten Raw-Ausgabe alles gebracht hat, mit dem Käfig und ach, ich weiß nicht und dann eben mit dem Club und... Darf ich dich noch an kurz andere Summerslam-Matche erinnern? Ich habe zufällig, gestern war es vom Jahr 2014 mir den Summerslam angeguckt, ich hatte Bock, Cena gegen Lesnar noch mal zu sehen, wie Lesnar Cena zerstört und da bin ich dann so überlegt, hey, was war denn alles noch so auf der Karte und erstens, der Summerslam war gut und dann habe ich da so ein Match gesehen und das war Stephanie McMahon gegen Brie Bella und das war das Match, wo ja Nicky gegen Brie geturnt ist und ich erinnere dann auch daran, dass ein paar Monate später, out of nowhere, Brie dann zu Nicky geturnt ist, heel, ohne große Ankündigung und ohne irgendwelche Motivationen und dass es da irgendwie was gegeben hätte. Es hat ja dann nie eine Begründung gegeben und die beiden waren auf einmal Heels, beide. Also das wäre jetzt nichts Neues für die WWE, ich würde es mal nur angemerkt haben. Okay. Ja, klar, möglich ist es. Vor allen Dingen, da man ja eben mit Enzo absolut nicht weiß, was man machen soll, aber trotzdem halt die Merch-Verkäufe sprechen, aber dann irgendwo ja wieder dagegen, das ist ja dann auch wieder typisch WWE, dass man sich schon davon auch beeinflussen lässt. Weiß ich nicht. Also, ja, weiß ich auch nicht, wie ich das finden würde. Als Face mochte ich sie nicht, als Healtake-Team weiß ich nicht. Macht aber so wenig Sinn, dass ich es einfach nicht sehen will. Hoffe dann einfach, wenn, dass man jetzt damit diese Fehle beendet und dann, dass es für Cass weitergeht, weil ihm will ich zumindest die Chance geben, sich zu entwickeln und dass man da noch irgendwas Positives vielleicht in der Zukunft sieht. Wer weiß. Weißt du, was das Schlimmste an dem Ganzen ist? Wir haben jetzt schon wieder viel zu viel Zeit für das Match. Das stimmt. Kommen wir zum nächsten weiteren irrelevanten Match. Das ist so quasi die Smackdown-Version von Big Cass gegen Big Show. Wir haben Randy Orton gegen Rusev. Geilster Aufbau ever. Jetzt mal ohne Witz, unkreativer hätte das nicht sein können. Rusev kommt nach der Niederlage gegen Cena raus. Alle haben trotzdem nur noch Angst vor mir und ich brauche euch für den Summerslam-Gegner, der meiner würdig ist. Dann kommt Randy Orton raus, der einzige Face, der noch nichts zu tun hat. Es gibt den RKO. Boom. Aus. Dann hattest du, eine Woche später, hattest du nach Randy Orton gegen Mahal in diesem Rudge-Match hattest du dann auch hier ganz zum Schluss noch diesen Kick von Rusev gegen Orton, wo halt dann Rusev nochmal kurz oben auf war und dann letzte Woche dann bei Smackdown kam er nochmal eine Rusev-Promo Orton, gibt einen RKO fertig. Sorry, also einfallsloser geht es ja wohl wirklich nicht. Das ist wirklich dieses Smackdown-Äquivalent zu Big Cass gegen Big Show. Klar, wahrscheinlich wird das Match ein bisschen besser werden, hoffe ich zumindest, für die beiden Beteiligten. Sonst muss man sich auch mal Sorgen machen, für was die beiden eigentlich noch bezahlt werden, aber ein Randy Orton, der mich persönlich als Face nicht interessiert, ein Rusev, der aufgrund seines aktuellen mangelnden Standings auch für mich komplett irrelevant ist, dass ich, ich habe da einfach kein Interesse dran. Orton wird wahrscheinlich das Ding gewinnen, einfach um sich, ich sage jetzt einfach mal, mit Gänsefüßchen von seinen drei Niederlagen gegen Mahal zu erholen und Rusev, keine Ahnung, was man mit dem macht. also, du kannst natürlich dann Orton gegen Styles vielleicht stellen oder eben Rusev gegen Styles, sollte Rusev vielleicht das Ding sogar gewinnen. Den Vorschlag entnehme ich jetzt einfach mal von der Cage Match Crew, die mich da auf diesen Gedanken gebracht haben, dass das eventuell sein könnte. Quasi so ein imaginäres Samba One Contendership Match für den US Title, aber Sonst ist das, du merkst halt, das ist halt ein Lückenfüller, beide hatten nichts zu tun, du willst beide auf der Karte haben, fertig. Und deswegen hoffe ich auch, dass dieses Match jetzt nicht zu lang geht, vielleicht wird es ganz okay, Orton gewinnt das Ding, lol. Ich fürchte auch, also, ja, der einzigste Sinn, der daraus entstehen könnte, wäre tatsächlich, dass Rusev das Ding doch noch gewinnt und er dadurch gepusht wird, aber auf der anderen Seite, wie du schon gesagt hast, Orton musste sich dafür einfach zu oft jetzt hinlegen und er ist nun mal einer derjenigen, der immer in dem Main Event wieder zurückkommen wird und von daher brauche auch jetzt mal wieder einen Sieg, leider. Ja, gegen Rusev tut mir dann irgendwo leid für ihn, aber das ist so belanglos, dieses Match, das ist eigentlich, bringt es beiden nichts, das Match zu gewinnen. Umgekehrt, genau, sie können nur verlieren, umgekehrt darf keiner von beiden verlieren, weil, ja, dass das Standing dann so im Keller ist, ach, ich hab's, ich hab's, Junge, ich hab's, Double Pin. Wahrscheinlich, ja, ach, nein, das wäre noch zu kreativ, Orton gewinnt das Ding und juhu, weiter geht's. Jo, weiter geht's auch auf dieser nicht enden wollenden Card. Wir haben als nächstes auch ein Match, was so, ja, wo ich, wo der Aufbau vielleicht jetzt gar nicht so schlecht war, aber wo mir einfach vieles, viele Details sauer aufstoßen. Wir haben Bray Wyatt gegen Finn Balor und, äh, ja, der SummerSlam hatte grundsätzlich irgendwo so das Problem, dass man anscheinend bei der Vorwoche viele Paarungen, die für den SummerSlam angesetzt worden sind, im Vorhinein gerade mal verheizt hat. Du hattest First Time Ever Bray Wyatt gegen Finn Balor bei Raw. Du hattest Akira Tuzawa gegen Neville bei Raw. Du hattest, äh, Jason Jordan und die Hardys gegen Misturash und DeVis bei Raw. Big Cass gegen Big Show hattest du ebenfalls schon mehrfach bei Raw. Äh, was haben wir noch hier? New Day Usos. New Day Usos, Styles Owens. Okay, das Einzige, was Neues sind halt wirklich der Main Event und das WWE Title Match und SmackDown Women's Title Match, was aber wirklich viele interessiert. Not. Corbin, Cena. Ja, aber es sind halt drei, vier Matches von 13. Ja. Das ist halt auch irgendwo, wo man sich denkt, ja komm, und gerade Bray Wyatt gegen Finn finde ich, finde ich, finde ich es extrem schade, weil mir zum Beispiel das Sauer aufstößt, dass man im Vorhinein angekündigt hat, dass der Demon King Finn Balor gegen Bray Wyatt antritt. Nur noch der Demon. King wurde entfernt. Okay. Ähm, das ist einfach für mich, klar, es sollte klar sein, dass gerade beim Summerslam, beim Big 4 PPV, beim Einzelnetz, dass Finn Balor mit seinem Demon-Gimmick rauskommt. Okay. Aber dann hätte man das doch einfach bei diesem Backstage-Segment belassen können, wo Finn Balor gesagt hat, ja, Bray Wyatt hat seine Dämonen, aber ich habe meine auch. Das ist doch schon ein Hind genug. Da braucht man das nicht vorankündigen, dass, klar, jeder wusste irgendwie, es kommt dieses Demon-Gimmick beim Summerslam, aber muss man es den Fans wieder so richtig aufs Auge drücken? So einfach, das wirkt einfach viel organischer, wenn Finn das einfach sagt, ja, ich habe meine Demons und dann kommt einfach Finn Balor dann beim Summerslam so raus, aber dann gleich wieder große Ankündigen. Glaubt man wirklich, da verkauft man dann mehr Karten? Was, was sowieso eher klar war? Wie geht es da einfach darum, dass es mich stört, dass man im Vorhinein dieses, dass man es wieder so künstlich reindrückt? Ja, der Demon ist jetzt wieder back und der kommt und gegen Bray Wyatt und auch dieses mit Blut übergießen oder was das auch immer war, erbe-Soße, frag mich bitte nicht was, von Bray Wyatt gegen Finn Balor, klar, es passt irgendwie zu White, aber das ist so, das ist so Attitude-Error-mäßig, das brauche ich heute nicht mehr und Bray Wyatt, der zwar auch, muss man dazu sagen, Finn Balor clean besiegt hat, also Bray Wyatt gewinnt gerade alles, gewinnt alles gegen Rawlins und hier das Match gegen Balor, aber auch der Aufbau war wieder so ein White-Aufbau, er kommt zum Ring, hält seine kryptische Promo, wo du nur die Hälfte verstehst, da gibt es wieder hier dieses Bläh und Eingreifen und das und jenes und Feder ist da, typischer Bray Wyatt-Aufbau und hier hast du halt Finn Balor, ein Finn Balor, der mich eigentlich in der gesamten WWE-Zeit noch nicht richtig überzeugt hat, ein Finn Balor, wo ich leider sogar sagen muss, dass ich ihn, Vorsicht, jetzt kommt die Hate-Welle, ihn für overrated halte, zumindest das Wasser in der WWE gezeigt habe, er ist kein Prince David von New Japan, das ist er nicht, Finn Balor hatte für mich bis jetzt vielleicht zwei gute Matches in der WWE, also richtig gute, gute Matches hat er schon öfters, aber wo ich wirklich sage, hey, so richtig geile Matches oder gar Klassiker, könnte ich mich jetzt nicht so wirklich dran erinnern, er hatte ein richtig geiles Match bei einem NXT Takeover-Event gegen Neville, aber gut, es ist Neville, Neville ist awesome und gut, das Match im letzten Jahr gegen Rawlins war nice, beim Universal-Title-Match, okay, aber sonst, Finn Balor spurt auch nur sein 0815-Rahmen-Programm ab, zumindest in Sachen Move-Repertoire, er hat sein Slingblade, er hat sein Coup de Gras, er hat sein 1916 und den er sowieso auch selten zeigt und sonst hat er auch nicht wirklich viel, er strahlt auch als, ich sag mal, normaler Finn Balor im Ring jetzt auch nicht so viel aus, dass ich sage, boah geil und deswegen hat man ihn halt eher als, als Demon oder bringt man ihn als Demon hier zurück, weil, ich sag mal, dieser Face-Paint ist derselbe Effekt wie bei Jeff Harley damals, das ist der Grund, warum die Leute ihn feiern, zumindest in den Main-Shows oder zumindest die meisten Leute, die zu seiner New Japan Vergangenheit jetzt nicht so viel Bezug haben oder auch zu seiner NXT Vergangenheit, deswegen ist auch dieses Match eher uninteressant für mich und ja, kann vielleicht ganz gut werden, okay, aber ich tippe hier einfach auf Finn Balor, weil er halt Demon ist und dann Wyatt besiegt und ja, das haben wir halt wieder 50-50 Booking, ne? Ja, also leider war sehr, sehr viel Wahres in dem, was du da erzählt hast, tut mir irgendwo leid, weil eigentlich, finde ich schon, er hat viel drauf und man kann noch einiges optimieren an seinem Showing und hatte auch nie das Problem damit, dass man ihm sofort den Titel damals gegeben hat und dass er hätte sich als Champion entwickeln können durch die Verletzung, okay, waldblöd, ja, und, aber ich bin einfach sowas von genervt von diesen absolut sinnfreien Bray-White-Fäden, wie du eben gesagt hast, dieser Aufbau, der immer gleich ist, der immer komplett sinnfrei ist, wenn das mal ist, okay, aber es ist ja eine nach dem anderen, immer mal wieder ist es so, dass der komplett sinnlose Aufbau einfach da ist und ich verstehe nicht, warum man ihm das immer wieder antut, warum man nicht einmal eine vernünftige Fäde aufbaut, wo man wirklich sagt, okay, damit kann er sich richtig beweisen, aber so ist es von Anfang an belanglos, von Anfang an ist es den Leuten scheißegal, wer das Match gewinnt, wer die Fäde irgendwie gewinnt oder nicht und leider ist es ja noch nicht mal Bray oder so gut wie nie eigentlich Bray und von daher schadet man ihm praktisch mit jeder Fäde, die man für ihn hat, umgekehrt natürlich wäre noch schlimmer, wenn er gar kein Programm hätte, aber gut, wenn man es immer wieder leicht aufzieht, dann ist man einfach nur noch genervt und das ist bei mir einfach der Punkt. Der Charakter wird einfach uninteressant. Also das ist einfach, weil er sich einfach nicht weiterentwickelt und das Problem ist, es liegt wahrscheinlich nicht mal an Wyatt selbst, der ja allein am Mikrofon ja grundsätzlich ein irrsinnig geiler Worker wäre, aber ja, es kommt einfach nicht mehr, es kommt nichts Neues und ich glaube da, dass den Bookern einfach, die scheißen auf die sagen, es ist einfach Bray Wyatt, er soll einfach machen, er soll es im Standardprogramm abspulen, aber dass sie mal was machen mit ihm, auch sein World Title Run war eine Frechheit. Ja, das stimmt. Das tut mir einfach leid, weil auch Bray Wyatt, selbiges gilt für Finn Balor, eigentlich für viele, viele Worker in der WWE aktuell, sie könnten so viel mehr, als sie zeigen dürfen und ja, Entschuldigung für die Unterbrechung, aber das wollte ich jetzt mal kurz eingeworfen haben. das ist ja absolut richtig. Ich denke einfach, die Writer können mit dem Gimmick nichts anfangen beziehungsweise wissen nicht, wie sie es gut verkaufen sollen, weil jetzt auch das mit diesem Blut, das war echt einfach auch wieder, es hatte keinen Aufbau, wenn das irgendwie mal aufgegriffen worden wäre, jetzt in der Fede oder so, dass man das vernünftig, außer als irgendeine kryptische Botschaft oder irgendein Gebrabbel von ihm hätte verkaufen können, weiß ich ja nicht warum, da wünscht man sich ja fast schon die Beamer-Effekte zurück und von daher ... Die fand ich awesome, ich bin da glaube ich einer der wenigen. Ja, immerhin war es mal was Neues und ja, ich weiß nicht, also ich glaube einfach, dass es daran liegt, dieses Gimmick ist einfach überhaupt nichts für die Writer, sie können es auch nicht modern rüberbringen. Ich glaube, das ist so der Punkt, man weiß ja nicht, man fühlt sich schon irgendwie von der Art, von der Idee an den Undertaker von früher erinnert, aber das war einfach früher dann was ganz anderes, wo man dachte, boah, das ist neu. Es hat auch besser gepasst von der Zeit. Ja, genau, in der heutigen Zeit passt sowas so nicht. Also man könnte dieses Gimmick aktuell auch super verkaufen, wenn man es einfach modern präsentiert, aber nicht so, wie man das macht und von daher, ja, gebe ich dir recht, es ist das Match sehr, sehr belanglos, relativ egal, denke aber auch, dass der Dämoner hier den Sieg davontragen darf, einfach weil er das Gimmick wieder rausholt. Ja, und man muss das Gleiche sagen, wie eigentlich immer, ein Bray White schadet es nicht. Mhm. Also mir kommt es dann immer so vor, so nach dem Motto, hm, was haben wir denn heute für einen Fähengegner für Bray White? Bray White sitzt dann währenddessen an einer Slot-Maschine, drückt den Hebel und plopp, plopp, plopp kommen halt, keine Ahnung, drei Namen raus und einen sucht er sich halt aus, den er dann wieder attackiert, random, ne? Und, ähm, das Problem ist, was mich zum Beispiel auch stört an, an Finn Balor's Dämon-Gimmick, im Gegensatz zum Beispiel zum, zum Jeff Hardy-Face-Paint, was man damals ja, als es 2008 kam und 2009 und auch, ich glaube, 2010 war er, glaube ich, nicht mehr da, aber 2008, 2009, wo es halt dieses, wo dieser, dieses Face-Paint aufgegriffen wurde, da wurde er auch erklärt, warum das Jeff Hardy macht, er hat natürlich auch eine künstlerische Ader und er kann sich damit ein bisschen besser verwirklichen, sagen, es sind da jetzt keine, keine großartigen Dinge, aber es sind Kleinigkeiten und man hat das irgendwie erklärt und das ist auch einer der wenigen Kritikpunkte, die ich auch an, an die NXT-Writer habe, dass man es damals schon verpasst hat, diesen Demon-Gimmick von Finn Balor eine tiefere Bedeutung zu geben. Finn Balor kam ja damals absolut random mit diesem Face-Paint raus, als Demon. Klar, es sah awesome aus, alle waren im ersten Moment wow und OMG und holy shit, Chance gab es ja da auch und es hat mich im ersten Moment auch geflasht, aber was man dann schon bei NXT versäumt hat, du brachtest null Tiefgang in dieses Demon-Gimmick, warum er das macht, es wurde einmal, glaube ich, beiläufig irgendwann mal erklärt. Ja, er bringt dann halt seine neue Kraft halt raus, aber das ist mir zu wenig, das hat nicht Hand und Fuß, das ist eine 0815-Aussage, die kannst du überall bringen, da ist einfach keine Struktur dahinter und das ist was, was mich irrsinnig stört, wo man auch viel Potenzial in diesen Demon-Gimmick von Finn Balor wegwirft. Ja, absolut, also da gebe ich dir recht, dass das schade war, dass man das von Anfang an nicht gemacht hat und ich dachte ehrlich gesagt, das kommt dann im Main-Roster, dass man es dann so verkauft, ja, dass man es einfach erklärt, warum macht er das, holt er da seine Superkraft raus, so nach dem Motto, so wirkt es einfach für mich immer, er hat keine Chance als Normalo gegen Bray Wyatt, ja, da kommt die Superkraft halt durch das Face-Paint, ähm, ja, man erklärt es halt nicht wirklich, äh, klar, seine böse Seite holt er raus, aber wenn man das so verkauft, dann finde ich, dann hätte er einfach richtig krasses Spot zeigen müssen als Demon, sozusagen Sachen, die er sich sonst nicht trauen würde, so nach dem Motto, aber das hat man ja auch nicht gemacht, von daher, ja, sinnfrei leider. Und im Endeffekt bleibt dann einfach nur das Face-Paint, was ihn anders macht und macht ihn das gleich zum Demon, um das, um quasi seinen Gimmick komplett umzuschreiben, das ist einfach das Problem, was ich mit Fimbala aktuell irgendwo habe, so leid es mir jetzt für die Fans tut, aber ist halt so. So, kommen wir zu einem Match, was durch die letzte Smackdown-Ausgabe noch mal ziemlich am Brisanz dazu gewonnen hat und wo wahrscheinlich auch dein Herz geblutet hat, mein lieber Carsten. Kommen wir zum, zum Ex-Mr. Money in the Bank, zum ehemaligen Kofferträger Baron Corbin gegen John Cena. Ich habe mich ja bereits in der Smackdown-Review so ein bisschen ausgekotzt drüber, warum er das mit Corbin gemacht hat, mittlerweile heißt es ja Backstage, viele werden es wahrscheinlich auch schon mitbekommen haben, dass viele Offizielle mit Corbin nicht zufrieden sind, auch mit seiner Präsenz in Social Media, gerade auf Twitter, dass man mit ihm am Mikrofon nicht wirklich immer zufrieden ist, vor allem, weil er gegen Cena in diesem, ich sage mal, Mike-Duell doch ein bisschen abgestunken hat. Was jeder tun würde, übrigens, fast jeder. Muss man auch fairerweise dazu sagen, John Cena ist am Mikrofon einer der stärksten, die es je gegeben hat, da kann man sagen, was man will, solange er ernst bleibt. Wenn er so ein bisschen den Funny-Scene raushängen lässt, wird es ein bisschen weird zum Teil, aber in den letzten zwei, drei Jahren war das eher seltener Fall bei Cena, von dem her passt das eigentlich schon. Ja, für die Leute, die es nicht mitbekommen haben, die hinterm WWE-Mond leben sozusagen, Corbin hat letzte Woche bei SmackDown versucht, einen Cash-In zu landen gegen einen Jinder Mahal, der vorher den Super-AA eingesteckt hat von Cena in Non-Title-Matches zwischen den beiden und Corbin hat dann den Cash-In vergeigt als Cena auf, ich sag mal, auf dem Apron stieg, Corbin will ihn schlagen und dann kommt Jinder von hinten, rollt ihn ein. Ja, da kommst dann auch wahrscheinlich du noch mit deinen Argumenten oder deiner Hoffnung zu sprechen, er rollt ihn ein, aber irgendwie nicht so richtig, die Schultern waren irgendwie nicht so ganz auf dem Boden und auch die Füße von Mahal waren unter dem Seil. Manche sagen, das war einfach Zufall, weil Mahal einfach Scheiße gebaut hat, plump gesagt, die anderen sagen, hey, da könnte sich noch Hoffnung dahinter verbergen oder es war einfach so geplant. Das muss man allerdings jetzt noch abwarten, da wirst du sicherlich auch noch deine Meinung dazu schildern. Zum Match selbst, Corbin gegen Cena. Ist natürlich, man muss jetzt mal das Positive vorweg jetzt auch hier nehmen, dieser Kofferverlust heizt diese Fäden natürlich noch mehr an und die Hoffnung, die ich natürlich darin habe, ist, dass Corbin noch verbissener, noch härter zu Werke geht. Ich will jetzt natürlich nicht von einen Cena squash in den Mund nehmen, logischerweise, aber vielleicht darf Corbin, Cena wirklich ihr Kling besiegen, einfach weil er so aggressiv ist, so sauer auf Cena, dass er ihn wirklich vermöbelt oder einfach ihn zumindest über weite Strecken dominieren kann. Cena ist in den letzten ein, zwei Jahren dafür bekannt gewesen, dass er sich auch mal gerne hinlegt und ich glaube auch, dass Cena jetzt kein großer Gegner-Backstage von Corbin ist. Jetzt ist halt die Frage, wer hat mehr, ich sag mal, Urteil oder mehr, mehr Einfluss auf Vince McMahns Entscheidungen, sind es wirklich die Right oder die Offiziellen oder ist es dann doch John Cena, der sich vielleicht doch für Corbin stark macht. Ich glaube nämlich wirklich, dass das Ergebnis dieses Matches wirklich von dem abhängt, zumindest zum Großteil und vom Match selbst ist es eine große Unbekannte. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass das Match gut wird. Cena hat schon mit den komischsten Gegnern gezeigt, dass er gute Matches werken kann. Er hat sogar Great Khali zum guten Match gezogen. Gar war ein Stipulation-Match, aber das war auch halbwegs ansehnlich. Ja, muss man gucken. Wird sehr, sehr interessant hier. Einfach aufgrund der Ausgangslage, die gerade herrscht für Corbin, lässt sich ein Sieger hier ganz, ganz schwer tippen. Corbin muss eigentlich gewinnen, um relevant zu bleiben nach dem Kofferverlust. Wenn John Cena das Ding gewinnt, was ich jetzt definitiv nicht ausschließen würde, dann sieht es für Corbin ganz schön trist aus. Und dann wird es aber irgendwo auch bestätigen, dass Corbin wohl bei irgendwen was ausgefressen hat. Ja, also ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Erstmal vorneweg für die, die es nicht wissen, Corbin ja einer meiner zwei Favoriten, absolut neben Samiss natürlich. Ja, und Corbin eben. Von daher, ja, wie du gerade schon angesprochen hast, hat mir das Herz geblutet bei diesem misslungenen Cash-In. Aber ich bin halt derjenige, der noch wahrscheinlich am meisten Hoffnung hat von allen. Entweder hat Jinder es echt so versaut, was ich mir aber nicht vorstellen kann, weil der erste Punkt, der dagegen spricht, man hat es Social Media mäßig, finde ich, sehr missachtet, das Ganze. Also man hat es nicht groß aufgebaut, diesen misslungenen Cash-In, zumindest viel, viel weniger, als ich es erwartet hätte. Von daher habe ich eine gewisse Hoffnung, dass eben beim Summer Slam ja ein Daniel Bryan rauskommt und wirklich sagt, hey, oder ein Corbin selbst und einfach sagt, hier, schaut euch das nochmal an und so weiter. Das war alles unrechtmäßig, mir steht der Koffer immer noch zu. Einfach deswegen, so erkläre ich es mir zumindest, um zu verhindern, was so offensichtlich war und was wir alle erwartet haben, dass natürlich ein Corbin beim Summer Slam eincashen wird und ein Nakamura besiegen wird um den Titel und dann neuer Champion sein wird. Ich denke, damit haben sehr, sehr viele Leute einfach gerechnet und ich hoffe, die WWE will uns damit trollen und wollte das halt nehmen und jetzt denkt hier jeder, okay, es kann halt nicht mehr passieren natürlich und wer weiß, vielleicht in der Kick-Off-Show oder sogar direkt vor dem Titelmatch oder so, kommt das dann eben mit Corbin und er ist auf einmal doch wieder Kofferträger. Eben weil ich der Meinung bin, ganz klar, dass Jinder mit seinem Fuß unterm Seil war, sogar so, dass er sogar beim Three-Count, wo auch übrigens die Schulter nicht wirklich auf dem Boden war, nebenbei auch das noch, er ja praktisch nochmal sogar unter das Seil schlägt mit dem Fuß, also wirklich so nach dem Motto, er will sicher gehen, hey, bin ich drunter? Er wechselt so oft die Position mit den Füßen, klar, man kann sagen, er ist irgendwie weggerutscht, aber es ist schon, finde ich, auffällig und entweder hat er es wirklich komplett scheiße gemacht, Jinder, oder es war halt der Plan und gerade dieses zum Schluss, dieses nochmal mit dem Fuß unter das Seil schlagen, das macht es halt ganz, ganz deutlich, finde ich, dass man sich darauf berufen könnte, zumindest. Wegen den Punkten, die du gerade angesprochen hast, warum man eventuell Corbin den Koffer abgenommen hat, muss ich sagen, finde ich schwachsinnig, also diese Punkte, weil dadurch, dass er Beef auf Twitter mit gewissen Leuten anzettelt, das hat er vorher schon gemacht, das wusste man, das läuft schon relativ lange, diese Geschichte, dass er da Leute anmacht, dass er Leute blockt und so weiter, da einfach Beef hat, auch so ein bisschen irgendwie rumstenkert, das gehört schon seit NXT zu ihm, das macht er seitdem schon, seitdem geht er gegen Indie-Guys auch wirklich, also so, dass man merkt, es ist wirklich seine Einstellung, nicht nur Gimmick, sondern wirklich, das wusste man, also das wusste man vorher, das ist schon lange so, das ist für mich keine Erklärung. Zweiter Punkt ist natürlich der, auch, dass man jetzt merkt, er ist noch zu grün hinter den Ohren, nicht bereit für diesen Titel, für den Cash-In, dann hätte man warten können, dann hätte man ihm einfach den Koffer lassen können, er hat noch genug Zeit, man in den Bank ist gerade mal vorbei, dann muss man ihm jetzt nicht den Koffer für abnehmen, also auch finde ich, das widerlegt sozusagen. Weil man in der letzten Woche ja eigentlich noch ein neues Theme bekommen hat. Genau, also man arbeitet schon an ihm dran, an seinem Gimmick und gibt ihm da eigentlich schon viele Chancen. Dann kommt wirklich noch der Cena-Faktor dazu, was du gerade angesprochen hast, es hieß wirklich, Cena hat sich für die Fede stark gemacht, er wollte mit Corbin arbeiten und ich glaube nicht, dass man das so schnell sagt, dass man ihm jetzt deswegen fallen ist, weil er da am Mic ein bisschen gegen Cena abgestunken hat, wie gesagt, dachte ich ja gerade schon mal, so gut wie jeder würde das tun. Und Cena hat riesen Einfluss auf Vince, das sah man damals gegen Dolph Ziggler zum Beispiel, da war er angeblich nicht so begeistert und das ist ja einer der Gründe angeblich oder der Grund, warum man einen Ziggler dann fallen ließ. Und deswegen glaube ich das nicht. Ja, so war es, so war es oder so ist es nun mal und deswegen gibt es einfach so viele Punkte, die irgendwo so widersprüchlich sind, was diese ganze Thematik angeht, was auch den Zeitpunkt angeht. Das hätte einfach überhaupt keinen Sinn gemacht, das hätte nicht sein müssen, das hätte jetzt nicht sein müssen, man hätte sich alleine ja schon, selbst wenn man, selbst wenn man wirklich, wenn das wirklich der ernsthafte Grund gewesen wäre und diesen Heat, den Corbin dann hätte, als Grund nimmt, dann versaut man sich doch nicht selbst so einen Spannungsbogen, dass er eventuell beim Summerslam einküscht. Selbst hätte er es dann einfach nicht gemacht, weil man eben ihm dann nicht diesen Push geben will, dann hätte man zumindest aber wieder so einen Spannungsfaktor gehabt. Warum soll man sich den nehmen, nur um irgendwie Corbin zu bestrafen, jetzt? Also ich weiß nicht, ich bin da wirklich noch stark dafür, habe natürlich auch Bedenken, dass es halt doch nicht so kommen wird, dass er einfach den Koffer verloren hat und es eiskalt so durchgezogen wird. Aber das wäre der größte Bullshit, den die WWE in der letzten Zeit gemacht hat, eben aus den besagten Gründen. Naja, komme ich jetzt einfach zum Match selbst. Da gibt es im Prinzip dann auch nur zwei Möglichkeiten, aber auch das wieder widersprüchlich. Warum sollte man jetzt einen Corbin, hier clean einen Zina besiegen lassen, nachdem er dann angeblich ja so viel Heat hat, dann würde er hier einfach clean verlieren und Zina darf ihn abfertigen und ja, schaufeln und fertig. Das war es dann auch definitiv für ihn. Möglich bei der WWE, leider möglich. Ja, weil andere ja... Demin Sandu lässt grüßen. Eben, weil andere ja, oder wie du ja auch gerade schon angesprochen hast, eventuell sagen, ja, dafür darf er jetzt Zina besiegen. Das macht doch keinen Sinn. Warum nimmt man ihm den Koffer, ein so großes Machtmittel sozusagen weg, aber lässt ihn dann wiederum das Aushängeschild der WWE besiegen. Deswegen denke ich nicht. Wenn, dann würde es für mich Sinn machen, wie gesagt, er bekommt seinen Koffer zurück, legt sich dann natürlich für Zina hin, weil er halt den Koffer noch hat, casht noch am gleichen Abend ein, dazu dann später mehr und das war es. Weil ich glaube nicht, dass man die einzige andere Chance wäre noch, wenn er jetzt wirklich den Koffer nicht wieder bekommt, man stellt ihn so aggro dar, dass es einen DQ-Finish gibt, dass er einfach, ja, oder No Contest, ja, oder No Contest und dass man dann abbricht, die Fede geht eh noch weiter, dann, und das war es. Aber umgekehrt heißt es ja, ein Zina geht danach vielleicht zu Raw, wird da eingesetzt und dann war es das vielleicht auch schon wieder und das würde man eben machen, wenn ein Corbin danach im Main Event steht und vielleicht WWE Champion ist. auf jeden Fall ein Match oder dessen Ausgang umso interessanter geworden ist nach der letzten Smackdown-Ausgabe, zumindest ist das vielleicht eine positive Momentaufnahme, die man ziehen kann. Corbin, ja, das ist so die größte Unbekannte fast schon beim Summerslam, neben dem womöglichen Sieger des Main Events, zumindest meiner Meinung nach, ja, mal gucken, wird auf jeden Fall interessant. Du hast natürlich gute Punkte da gebracht, worum Corbin einen Koffer wieder zurückbekommen kann. Wenn sie es denn wirklich so machen, dann erstmal Chapeau an dich, das war natürlich gut durchdacht, aber je mehr, ich sag mal, je mehr Argumente ich von deiner Seite gehört habe, desto plausibler kommt das Ganze auch rüber. jo, mal gucken, wird auf jeden Fall eine spannende Geschichte. Wir bleiben bei Smackdown. Wir kommen zum, ja, irrelevantesten Titelmatch der gesamten K, denke ich mal, muss man auch dazu sagen. WWE Smackdown Women's Title Match, Championess Naomi gegen Natalia, beides Charaktere, die mich nicht interessieren, nicht mehr interessieren. Naomi war für mich mal eigentlich ganz cool interessant. Natalia, auch wenn sie vielleicht ganz gut im Ring ist, sie ist halt seit, seit sieben, acht Jahren ist sie derselbe Charakter. Deswegen ist da für mich irgendwie kein Interesse da, beim Match selbst nicht. Also das Match, so leid mir auch für die Frauen irgendwo tut, hätte für das andere Smackdown Titelmatch ausgetauscht gehört. Definitiv. Deswegen will ich es hier kurz machen, nachdem der Aufbau auch nicht so sonderlich groß war. Naomi wird hier verteidigen und ob es ein Cash-In von Carmella geben wird, ich tippe vorerst mal auf Nein, weil wenn ein Corbin in den Koffer zurückholt oder zurückbekommt, dann wird der relativ zeitnah ein-cashen und ich glaube, dass man das bei Carmella, dass man hier, ich sage mal, dieses Motto fährt, hey, sie ist noch nicht ganz ready, man gibt ihr noch Woche für Woche Zeit, man guckt, ob sie sich steigern kann und das ist auf jeden Fall so mein Tipp. Also ich gehe von einer normalen Titelverteidigung von Naomi aus ohne Cash-In. Ja, bin ich auch eigentlich schon bei dir. Ich denke, klar, Aufbau bei diesem Match gab es nicht wirklich Number One Contender und fertig, das war's. Ich denke, man teest diesen Cash-In an, sie wird es wahrscheinlich probieren, weil man eben auch sehr stark damit rechnet. Ich meine, umgekehrt, wenn diese ganze Corbin-Geschichte nicht passiert, könnte ich mir echt vorstellen, dass man den Cash-In auch durchzieht, weil der Zeitpunkt schon relativ gut wäre, weil Naomi als Champion auch jetzt nicht so over ist und so zieht, dass man sagt, super, die sollte den Titel behalten. Von daher wäre der Zeitpunkt eigentlich nicht schlecht für einen Camela-Titelgewinn, aber halt auch noch relativ früh. Ich denke, da lässt man sich eben die Zeit. Ja, könnt mir eben vorstellen, dass Naomi das Match gewinnt und dann, wie gesagt, wird sie aber trotzdem nochmal abgefertigt und dann teest man halt diesen Cash-In an und Mr. No-Chin rettet sie dann wahrscheinlich doch im letzten Moment davor, dass das Ganze schief geht und sie behält dann doch noch den Koffer, das Match wird nicht angeläutet und ja, damit wird dann noch mehr gespielt in Zukunft, weil das halt ein Stilmittel ist, was man bei ihr auch sehr schön einsetzen kann und denke ich auch noch in Zukunft machen wird. Ja, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Jetzt mal nur so hier wieder ein netter Side-Note hier am Rande. James Ellsworth ist bald ein Jahr bei der WWE. Ich glaube, der hatte sogar Ende August sein, wie sag ich mal, berühbtes Match gegen Strowman. August oder September war es auf jeden Fall und ich meine, es ist einfach nur interessant, wirklich, wie aus einer vermeintlichen, ja gut, er ist immer noch eine Witzfigur, aber aus so einem unscheinbaren, einfach One-Hit- Squash-Menschen von Strowman einfach von Kanonenfutter zu einer, zumindest zu einer Konstante von Smackdown wird und immerhin muss man auch dazu sagen, zu einer Konstante, die auch konstant Heat schräg, ja einfach Heat zieht, ein Heel, der seine Rolle wirklich, muss man auch dazu sagen, perfekt ausfüllt und da haben sich wirklich zwei gefunden, Carmelo und James Ellsworth, das hört sich jetzt brillant, ist so für mich so ein bisschen das Pärchen Maris und Demise, Demise, ja genau, Demise Bungie, wer kennt ihn nicht, den IC Champion Demise, der Mise-Mise, na komm, ach du Scheiße, Demise natürlich, auch wenn es die Rollenverteilung hier natürlich ein bisschen anders ist, ganz klar, aber trotzdem, Ellsworth, auch wenn er mir ab und zu auf die Eier geht, aber das Thema hat man schon in Sachen Heels und dessen und deren Authentizität, Ellsworth erfüllt das halt und irgendwo unterhält er mich dann doch wieder, wenn er so eine wackige Line rauslässt oder wenn er wieder seinen Maul aufmacht, ich weiß nicht, das ist bei ihm irgendwie so Hit and Miss, aber irgendwie unterhält er mich dann doch mal ab und zu. Jo, kommen wir nun langsam aber sicher zu den heißen Regionen der Card und ja, auch hier eine perfekte Überleitung, nicht nur weil Summerslam heiß, sondern auch weil zumindest eine dezent heiße Dame im nächsten Match antritt, der Goddess, die Championess, Alexa Bliss, es geht um den Ru, den Ru, was ist denn los, Ru, ich will nicht Ru sagen, Ru, das Raw Women's Title Match, so jetzt habe ich es, Sasha Banks, die, wo ich wirklich in den letzten Wochen, Monaten mitbekommen habe, die langsam so vielen Fans auf den Sack geht, weil sie so ein bisschen eine Roman Reigns Darstellung bekommt, so in Bezug jetzt auf, sie bekommt Title Match um Title Match irgendwie nachgeschoben, so nach der Reihe und darf, naja, Jax nach und nach immer wieder abfertigen und gerade, weil wir das Thema schon mal hatten, Sasha Banks ist einfach gerade so der Face, der mir langsam richtig auf den Zeiger geht, also sie bekommt langsam für mich so diesen Jones-Scene-Effekt vom Jahr 2008 bis 2010, 11, ne, ach, ich weiß es nicht, das ist so, ich habe es schon mal gesagt, dieses Boss-Gimmick funktioniert für mich nur als Heel richtig gut, ansonsten, ansonsten kann sie da einfach ihre Rolle nicht ausfüllen und, äh, ja, auch Banks, das wird zwar jetzt nicht so schnell passieren, aber ich habe halt Angst, dass Banks vielleicht mal dasselbe Schicksal erleidet wie Bayley, und, äh, Alexa Bliss natürlich, sie hat da leider Gottes, äh, oder Banks hat es da leider Gottes so schwer, weil Bliss wird in Brooklyn over sein, wie Sau, die wird gecheert werden ohne Ende, Bliss ist gerade wahrscheinlich, die Frau, die am meisten over ist in der WWE, zumindest in den Hauptschuss, vielleicht noch eine Charlotte mit rein, aber sonst, ich glaube, Bliss ist, äh, wirklich, ja, gerade unantastbar, was das angeht, zieht Reaktionen ohne Hände, ist ein großartiger Heeler, Mikrofon super, brauchen wir nicht drüber reden, und auch im Ring hat sie sich gesteigert, und, ähm, worauf ich mich dennoch freue, ist das Match zwischen den beiden, äh, nicht nur, weil sie bei Great Balls of Fire, wie ich persönlich finde, schon ein gutes Match hatten, ich glaube, dass sie beim SummerSend nochmal eine Schippe drauflegen können, sondern, weil es ja auch, äh, fast schon bestätigt, ja, es ja eigentlich auch eine Real-Life-Rivalität gibt zwischen den beiden, für die Leute, die es jetzt nicht wissen, Bliss hat mal ein Interview gesagt, dass sie Banks jetzt nicht wirklich so mag, dass sie sich auf Social-Media-Plattformen nicht folgen, oder sich nirgendwo markieren, oder, oder generell, es gibt nirgends Fotos von den beiden, wo sie irgendwie lachen, keine Ahnung, sondern die beiden sind meistens getrennt unterwegs und das haben schon mehrere Quellen jetzt nicht direkt bestätigt, aber bereits ausgesagt, dass damals zu NXT-Zeiten Banks, Bliss nicht nur einmal, sondern ich glaube, zweimal die Nase gebrochen haben soll und anscheinend gab es keine Entschuldigung seitens Banks und Banks soll sich auch Backstage, ja, nicht bei allen, aber bei manchen eher arrogant und abgehoben verhalten, also man, man sagt so ihr, der Erfolg oder dieser, ja, einfach das Ganze, in Main-Show-Gehabe, steigt ihr langsam so zu Kopf, das ist halt so, was man hört, ob es jetzt stimmt, sei mal dahingestellt, aber es, es bringt halt auch mal einen gewissen Pepp mit rein, wenn man weiß, hey, die beiden mögen sich in Wirklichkeit auch nicht wirklich und das hat man zum Teil auch bei Great Balls of Fire schon gesehen, dass da ab und zu der eine Schlag, der eine Kick so ein bisschen härter ausgeführt war, als er vielleicht müsste und deswegen freue ich mich persönlich auf dieses Damenmatch. Siegertipp ist übrigens, ich wollte eigentlich relativ schnell Alexa Bliss sagen, nur warum glaube ich, dass die WWE es wieder schafft, dass sie Banks zum vierten Mal den Frauentitel hinterher schmeißt. Also es ist irgendwo so ein bisschen eine Angst, die ich habe, aber ich tippe jetzt einfach mal auf Alexa Bliss und hoffe, dass Banks einfach wirklich nur als wirklich das, was sie sein sollte im Match steht, nehme ich als reiner Ersatz für Bailey und Bailey sollte er wahrscheinlich den Titel auch nicht gewinnen. Also ich gehe jetzt einfach mal von dem aus. Okay. Ja, dann nehme ich erst mal Bezug, was Unantastbar und Alexa Bliss angeht und gebe nochmal Props an das kleine Kiddy, was sie auf den Hintern gehauen hat. Das in Bezug auf Unantastbar. Super. Wer hätte es nicht gemacht? Das Kiddy hat auch die richtige Höhe. Alexa Bliss ist nie richtig groß. Wer hätte es nicht gemacht? Von daher. Nein, aber was das Match angeht, ja, definitiv. Also diese Real-Life-Diskrepanzen, sag ich mal so, zwischen den beiden machen das natürlich immer so ein bisschen noch spannender beziehungsweise man achtet halt schon darauf, wie die beiden dann auch miteinander im Ring umgehen. Wird sicherlich ein gutes Match vom In-Ring-Style, finde ich, harmoniert das Ganze schon und die können da ein gutes Match auf die Beine stellen. Ich würde jetzt einfach mal spontan wieder sagen, was wahrscheinlich leider zu kreativ sein wird, dass eine Bayley mit rauskommt, um Sasha Banks natürlich hier zu unterstützen. Wer weiß, vielleicht lenkt sie das aber nachher doch irgendwie ab. Bliss gewinnt das Ding und wir leiten endlich mal die Fede von Sasha Banks gegen Bayley ein, die dann eben Teal turnt dadurch, weil das eben einfach passen würde, weil ja eigentlich Bayley diesen Spot hätte, hätte sie sich nicht verletzt und wer weiß, dass man da irgendwie mit aufspringt und eben meine Hoffnung natürlich dadurch, dass Bliss auch den Titel verteidigen darf, weil sie eben so over ist, weil sie einfach, ja, den Titel momentan so super verkauft und aufwertet, dass man ihr den Titel auch lassen sollte. Wer weiß. Umgekehrt, wenn das halt zu kreativ war, dann soll sie einfach gewinnen. Von mir aus greift Naya Jax ein und sie gewinnt dadurch. Auch möglich. Oder einfach clean. Auch das wäre durchaus möglich bei ihrem Standing momentan. Und Banks muss einfach heel turnen. Auch das sagen wir jetzt schon länger. Tut ihr einfach nicht gut. Und dieses ganze Gehabe, im Umgekehrten, das Arrogante passt eben. Genau das, was du gerade angesprochen hast, dass sie Backstage angeblich so einen auf arrogant macht, beziehungsweise auch ihre Verwandtschaft ja mit Snoop Dogg da irgendwie immer mal wieder so in den Fokus rückt und darauf sich beruht. Das passt einfach zu ihr. Dieses Gimmick, dieses Getue, dieses Gehabe passt zu ihr und das kann sie als heel super verkaufen. Darauf warten wir alle. und dann will ich sie nicht als face und dann noch als champion sein. Banks wäre, wenn sie der heel wäre aus NXT, wäre sie für mich noch besserer heel als die Bliss. Also als Bliss jetzt gerade ist, weil Sascha Banks, wer sich die NXT-Zeiten angesehen hat, vor ihr, die Matches gegen Bayley, die sie da hatte, rein vom Story-Technischen her, die waren großartig. Und auch Sascha Banks am Mikrofon als heel ist eine 180-Grad-Wendung. Während sie als face einfach komplett gekünstelt rüberkommt, was mir bei Bayley sowieso auf den Sack geht, aber das ist jetzt ein anderes Thema. Aber Banks als face, die ganze Stimmlage, die sie einfach an den Tag bringt, das wirkt als face einfach, das wirkt nicht, das wirkt nicht authentisch, das wirkt gekünstelt, das wirkt als würde sie gerade wirklich das Ganze vom Papier runterrasseln. Und als heel, du hast es selber auch gesagt, dieses Arrogane, das liegt ja anscheinend im Blut. Und das hat sie bei NXT so großartig gemacht. Dafür habe ich sie wirklich gefeiert. Dafür war sie früher wirklich meine Lieblings-Wrestlerin bei NXT. Und ich habe sie, ich habe es herbeigesehen, dass sie damals in den Main-Shows aufgestiegen ist, damals auch noch als heel und damals auch noch richtig gut. Und ich habe grundsätzlich nichts gegen Banks als face am Anfang gehabt. Am Anfang war es jetzt noch nicht so schlimm. Sie war am Anfang noch mehr over, als sie jetzt schon war. Da war es einfach frisch, einfach zu sehen, dass Sascha Banks als face. Das war vollkommen in Ordnung. Aber gerade eigentlich das ganze Jahr 2017 schon merkst du, wie überfällig Banks eigentlich ist für einen heel-turn. Und der muss jetzt schnell mal her. Weil wie gesagt, sonst prophezeie ich früher oder später dasselbe Schicksal, was Bayley erleidet. Und zwar, dass sie ausgeputet wird. Vielleicht jetzt nicht so stark, weil Bayley mit ihren, ja, es ist alles so super und ich bin halt um zu wrestlen. Das geht einem irgendwann so auf den Sack. Und ja, bei Banks wird es früher oder später nicht anders sein, wenn man da nicht bald der heel-turn kommt. Und man muss jetzt auch hier dazu sagen, man hat hier aus der Noten Tugend gemacht. Vielleicht war es ganz gut, also, jetzt bitte das jetzt nicht missverstehen. Vielleicht war es ganz gut, dass sich Bayley verletzt hat. Nicht, weil ich Bayley eine Verletzung wünsche, sondern einfach, weil es ganz organisch wäre für eine Story. Also, dass Banks hier den Spot anstatt Bayley bekommt. Banks schafft es jetzt vielleicht auch nicht. Vielleicht ergibt sich da was promotechnisch in den nächsten Wochen zwischen Banks und Bayley. Und da kann man halt dann schöne Fehler einleiten. Das meinte ich mit aus der Noten Tugend mache. Nicht, dass jetzt viele Leute, keine Ahnung, verstehen, dass ich Bayley eine Verletzung wünsche. Um Gottes Willen. Also, das wünsche ich keinem, egal ob man einen Charakter mag oder eben nicht. So viel zu dem Thema. Also, Bliss soll verteidigen. Und, ja, kommen wir zu den letzten drei Matches. Und es ist ein Match, auf das ich mich zwar freue, wo ich aber vorsichtig bin, ob es denn wirklich gut wird, weil die ersten Beispiele nicht so prickelnd waren. Die Rede ist von WWE United States Championship Match zwischen dem Champion AJ Styles und dem Herausforderer Kevin Owens als Special Guest Referee Shane McBain. Und ich möchte gerade mal im Vorhinein vielleicht zur Abwechslung mal dir das erste Wort überlassen. Ja, also für mich auch ein potenzieller Opener dieses Match, muss man nochmal, finde ich, sagen, dass man jetzt Shane da mit reingebracht hat und die ganzen Spekulationen, dass ein Match gegen Owens ihm nicht so abgeneigt wäre, ja, spricht natürlich, finde ich, dann für ein Finish, was eindeutig sein dürfte, dass Styles natürlich hier gewinnen wird. Eben dadurch, dass irgendwie was, ja, dass irgendwie, das ist halt der spannende Faktor, dass man es bringen muss, ohne dass Shane zu heelisch rüberkommt, irgendwie durch einen Fast-Count oder was auch immer, sondern, ja, wahrscheinlich irgendwie einen Schlag, weil er eben davor was abkriegen wird, aber das hat man halt auch schon jetzt davor wieder gebracht, deswegen ist das wieder so eine Geschichte, wenn er jetzt im Match irgendwie einen Schlag abbekommt von Owens, dann schubst er ihn oder so, finde ich, ist dann nicht mehr so glaubwürdig, dadurch, dass man es einfach davor jetzt schon gebracht hat, immer wieder, dass er was einstecken durfte. Deswegen hoffe ich, dass man da jetzt was Neues findet, was Kreativeres vielleicht auch, was das angeht, finden wird, aber es wird natürlich eine Rolle spielen, weil diese Stipulation sozusagen, sag ich jetzt mal dazu, so außer Acht zu lassen, wäre dann auch irgendwo dumm und matchtechnisch natürlich, können die beiden abreißen, ich meine, es ist immerhin der Summer Slam, deswegen denke ich, das wird das beste Match der beiden werden und dazu halt noch diesen Spannungsfaktor, wie man das mit Shane macht, also dass man es machen wird, bin ich mir ziemlich sicher, aber wie man es machen wird, darauf bin ich doch gespannt und Styles sollte hier ganz klar den Titel verteidigen und dann eben weiter Titelträger bleiben und Owens wird dann halt das Programm gegen Shane starten. Also wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, ist erstens, dass Styles den Titel verteidigt und auch, dass das Netz wahrscheinlich das beste Match der beiden sein wird in diesem, glaube ich, vierten Aufeinandertreffen mittlerweile und ja, Shane wird wahrscheinlich gegen Owens gehen, das sollte auch klar sein, aber du hast schon die Frage gestellt, wie bringen sie es und ich hätte da so einen Plan, den man quasi recyceln kann und zwar vom Summer Slam 2011, als es Punk gegen Cena gab, wo Triple H, ja der Special Guest Referee war und Punk hatte den GTS angebracht und coverte Cena, Cena hatte bei zwei das Bein auf den Seilen, Triple H sah das nicht, weil, ich sag mal, die Blickrichtung gerade nicht stimmte und zählte halt den Free Count, Punk verteidigte so den Titel und damals hat man das halt nicht so wirklich aufgegriffen, weil es war halt Cena und der konnte Triple H und nicht böse sein, passiert halt, hier allerdings wird es halt perfekt einfach passen, Shane übersieht das vielleicht wirklich nicht mit Absicht, zieht oder zählt den Pin durch, Styles verteidigt den Titel, Owens regt sich auf, ich hatte doch das Bein am Seil, dann geht vielleicht kurz nach dem Match selbst noch der Brawl mit Shane los und leitet so die Fäde ein, das kann ich mir zum Ende sehr, sehr gut vorstellen, Match wie gesagt, dürfte sehr, sehr gut werden, Styles verteidigt, höchstwahrscheinlich und, ja, das, so viel zu diesem Match. Aber eben dazu nochmal, anscheinend ist es ja momentan egal, ob das Bein am oder unterm Seil ist. Ja, klar, aber es ist halt meistens nicht das Bein am Seil. Ja, ja, ich weiß, aber ich weiß schon, was du raus wolltest, da kommt wieder diese, diese Chinder-Hoffnung wieder durch, Bein unterm Seil und so. Ein bisschen, ein bisschen. Jo, es ging jetzt schon lang, wir haben jetzt schon eine Stunde 40 auf der Uhr, aber wir haben noch zwei Matches und zwar die beiden World-Title-Matches und zwar WWE-Title-Match, der Champion Chinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura. Wir schreiben das Jahr 2017 und haben Chinder Mahal als WWE-Champion und den Herausforderer Shinsuke Nakamura. Dreh mir mal die Uhr so, vielleicht, es würden schon zwei Jahre genügen zurück. Hätte ich vor zwei Jahren wäre gesagt, ja, beim SummerSlam, beim zweitgrößten Pay-Per-View, tritt um den, zumindest von Namen her, prestigeträchtigsten Titel, tritt Chinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura an, hätte ich, keine Ahnung, ich hätte den, den zweiten Stock, wo ich ja gerade wohne, hätte ich ihn runtergeschmissen. So nach dem Motto, bei dir macht das Nachdenken eh keinen Sinn mehr. Ne, ohne Witz. Also, das ist ja so, das ist ja so komisch, das auf, Chinder Mahal gegen Shinsuke Nakamura. Wenn du dir die Namen durchliest, das sieht so surreal aus, das ist ja furchtbar. Ja, eigentlich ein Match, wenn ich jetzt dich fragen müsste, eigentlich so gar nicht interessiert. Wenn wir davon ausgehen, dass Corbin den Koffer wirklich nicht mehr bekommt, dann ist das für dich vielleicht sogar fast neben Big Cass und Big Show das größte Lowlight des Abends und vielleicht Orton gegen Rusev, aber viel fehlt da nicht mehr. Wenn ich jetzt einfach mal für mich sprechen darf. Ich freue mich deswegen auf das Match, weil es einfach so komisch wird. Es ist Mahal gegen Nakamura. Ich bin da einfach gespannt, was die beiden uns hier zeigen, weil man halt überhaupt nicht weiß, was man sich erwarten kann. Ich meine, man geht jetzt einfach mal davon aus, dass Nakamura den Titel gewinnt. Deswegen, vielleicht ist man bei Nakamura ein bisschen mehr Motivation dabei. Das hat man gegen Cena schon ein bisschen gesehen, dass da so ein bisschen mehr Engagement dahinter war. vielleicht im Titelmatch selbst, dass er da nochmal eine Schippe drauflegt. Das muss ich auch sagen, es ist natürlich nur, man kann es ihm unterstellen, man kann es glauben oder nicht, aber es fällt halt schon ein bisschen auf, dass Nakamura in der WWE so ein bisschen, ja, sloppy workt, einfach nicht so mit Herz bei der Sache ist. Du merkst halt, ja, es gefällt ihm halt nicht immer diesen harten Stil von New Japan gehen zu müssen, sondern bei der WWE kann er es unter seinen Umständen ein bisschen gemütlicher angehen lassen. Und, ja, Jinder Mahal, ich denke mal, seine Tage als Champion sind gezählt. Um mal einen Schlussstrich zu ziehen, ich war immer eher einer, der das Ganze verteidigt hat. Natürlich war der Title Run von Mahal nicht gut und ich habe mir mehr erwartet, um ehrlich zu sein. Allerdings hätte das Ganze auch wesentlich schlechter sein können. Er hat sich als Champion, wie ich finde, durchaus jetzt nicht bewiesen, aber er hat sich gesteigert. Er ist am Mikrofon ganz gut geworden. Im Ring ist er okay. Er erfüllt seinen Zweck. Allerdings ist er, im Endeffekt muss man auch dazu sagen, kein World Championship Material. Das muss man einfach beinahe zu sagen. Vielleicht irgendwann mal Midcard-Titel noch mal, da habe ich jetzt nicht so viel dagegen. Allerdings sollte er jetzt erst mal aus jeglichen Titelgeschehen rausgehalten werden. Und wie gesagt, wir nehmen jetzt einfach mal den Fall her, Corbin bleibt der Koffer verwehrt. Nakamura gewinnt das Ding, holt sich den Titel, er wird abgefeiert werden und ich freue mich jetzt schon auf das Statement vom Carsten zu diesem Match. Ja, ich muss da ja fast schon aufpassen, was ich sage mittlerweile. Tue ich mich wirklich sehr, sehr schwer mit, mit diesem Match, wie du schon gesagt hast, wenn man davon ausgeht, Corbin hat den Koffer nicht mehr. Ist das sicherlich für mich, was das angeht, matchtechnisch in Lowlight, einfach weil Nakamura mich nicht interessiert. Mahal auch nicht jetzt so. Ich habe ja mal gesagt, das Schöne an der Match, das ist halt immer, ich bin für die Gegner. Von daher ganz klar werde ich dann zum Jinder-Fanboy. Ja, gut. Aber, 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 ich muss da wirklich in den Raum werfen oder würde mich stark darüber wundern, wenn es dann, wenn er jetzt hier wirklich den Titel bekommt, wovon ich ausgehe dann leider, bin ich echt mal gespannt, wie viele, beziehungsweise wie wenige sich darüber aufregen werden, wie schnell dann auf einmal alles ging, wie man das so durchgezogen hat. Auch hier wieder eigentlich komplett ohne Story, Number One Contender Match gegen Cena, bekommt sein Match. Es gab keine Fede, kein böses Blut, sage ich mal, gegen Mahal. Man hat da wirklich jetzt überhaupt keine Intensität in diesem Match und dann in so einem Match Champion zu werden, das ist sowas von nichtssagend. Also auch als nicht-Anti-Nakamura-Guy würde ich mich da echt, ja, freue ich mich, sage ich mal, drauf, wenn das komplett unter den Tisch gekehrt wird, wenn er dann Champion ist und alle einfach nur das abfeiern. Auf der anderen Seite ist die WWE wahrscheinlich in der Zwickmühle. Man hat nicht Ewigkeiten Zeit für Nakamura, für einen Aufbau, um ihn da langsam hinzubringen. Aber ist er bereit für den Titel? Ganz ehrlich, also ich würde sagen, nein, noch nicht. Dass er mal Champion wird, kann ich mitleben, muss ich mitleben. Aber ich finde es einfach auch viel zu schnell und man muss im Hinterkopf behalten, die große Indien-Tour der WWE steht an. Dieser ganze Aufbau von Mahal macht wenig Sinn, wenn er dann da nicht als Champion auftritt. von daher gehe ich auf eine Titelverteidigung von Mahal aus logischen Gründen und denke, Nakamura wird später erst den Titel bekommen. Hm. Hm. Interessant. Sind gute Punkte. Ich habe ehrlich gesagt, oder sagen wir mal so, ich habe geglaubt, dass die Indien-Tour schon war oder jetzt eben kurz vor oder kurz danach zum Summerslam. ob man bei Mahal nicht einfach so blöd es klingt, die Zeichen der Zeit gesehen hat, dass man einfach Mahal einfach nur mehr im Titelmatch selbst bewirbt. Er muss ja nicht unbedingt als Titelträger dahin. Ich weiß schon, was du raus willst, aber ja, wo ich dir auf jeden Fall recht gebe, Nakamura, dass der Push vielleicht zu früh kommt. Dasselbe habe ich ja genau letztes Jahr und genau zum Summerslam auch bei Finn Balor gesagt, als er den Universal-Title bekommen hat. Also auch da ging mir das zu schnell. Da wurde einfach nur durchgerusht, nur bei Finn Balor ging es ja glaube ich noch schneller. Da kam er dann unmittelbar glaube ich zum Draft raus, der ja doch irgendwann im Juni oder im Juli erst stattfand. Also da ging, wie gesagt, das Ganze noch schneller. Nakamura kam dann rund um Mania schon oder bei der Smackdown After Mania. Deswegen, ja, es ist schnell, aber das würde mich jetzt nicht stören oder das wäre kein Störfaktor, wenn er den Titel gewinnen würde. Also ich sage, okay, das war zu schnell. Er ist jetzt nicht mehr der Jüngste, ich könnte das nachvollziehen. Was mich allerdings stört und wo ich dir auch recht gebe, obwohl ich grundsätzlich ein Nakamura-Fan bin, ist, dass er aktuell für mich kein World Championship Material ist, genauso wenig wie Mahal. Jetzt nicht, dass ich sage, Nakamura ist so schlecht wie Mahal, sondern er ist einfach genauso gerade für mich persönlich nicht fähig, einen Brand zu tragen, weil er einfach seine Defizite am Mikrofon hat. Das muss man beinahe zu sagen und alleine schon diese paar Sätze, die er oder paar Wörter, die er da bei Mahal letzte Woche bei Smackdown gesagt hat oder Entschuldigung, diese Woche bei der letzten Smackdown-Ausgabe eben, das war cringe. Und so sehr ich eigentlich ein Fan von Nakamura bin, von seinem In-Drink-Style, gerade bei New Japan, er hat mich ähnlich wie Finn Balor bei den WWE-Shows meistens enttäuscht oder hauptsächlich eigentlich bei den Main-Shows und in den Main-Shows hat er noch kein einziges gutes Match gehabt und muss sozusagen er hätte mit Sigler zum Beispiel einen gehabt, wo er ein gutes Match hätte zeigen können, die beiden hatten damals bei Backlash auch genug Zeit und da war es sogar so, dass eher Sigler das Match gecarried hat, einfach wahrscheinlich hatte Nakamura keinen Bock oder so, tut mir leid. Aber jetzt mal vor dem super Match gegen Zayn bei NXT abgesehen, er hatte bei NXT sonst auch gute Matches, aber jetzt nicht, wo ich sage, boah geil, also ähnlich wie gesagt wie bei Finn Balor bei NXT halt und bei den Main-Shows kann ich mich an kein gutes Nakamura-Match erinnern, da war sogar fast mit das Beste war noch gegen Cena und deswegen, rein vom Potenzial her, würde ich mir gerne wünschen, dass er WWE-Champion wird und ich würde mich wahrscheinlich auch freuen, wenn er es denn beim Summerslam wird, allerdings objektiv gesehen ist es für mich auch zu früh, weil er einfach sich für mich noch nicht eingefunden hat, er braucht auch entweder lässt man ihn am Mikrofon komplett weg und stellt einen Heyman an die Seite von mir aus, wenn ein Lesnar eh geht, dann könnte er doch Heyman Nakamura-Guy werden, warum nicht, es würde, wie ich finde, passen, auch ein Heyman kann auch ein Face betreuen, muss ja nicht immer ein Heal sein und dann hättest du zumindest diese Komponente schon mal ausgeglichen, aber wenn du einen World Champion hast bei Smackdown und gerade mit Mahal hattest du in den letzten Monaten immer wieder Probleme, dass du Smackdown pusht und die Smackdown Szene hatte unter Mahal, muss man jetzt einfach mal sagen, zu leiden. Glaube ich nicht, dass das mit Nakamura so viel besser wird, wenn du einen hast, der einfach sich nicht ausdrücken kann im Mikrofon, der keine Promos halten kann, zumindest keine langen Promos. Klar, die Leute feiern ihn ab, weil er halt drei Sätze sagt, aber da, Entschuldigung, da kommt einfach der New Japan Bonus durch und einfach weil er ein geiles Theme hat, wo du mitsehen kannst. Das Theme von Nakamura ist das Äquivalent zum Face Paint von Finn Balor. Sorry, es klingt jetzt im Laufe der Preview wirklich so, als würde ich gegen sämtliche Internet-Darlings irgendwie shooten, aber es ist nun mal wirklich so und es tut mir auch selber weh. Nakamura war bei New Japan auch viel besser und Finn Balor war bei New Japan auch viel besser und das ist auch der Punkt, den ich vorhin angesprochen habe. Es kommt da wirklich so rüber, als würde die WWE sehr, sehr viele Leute einschränken, weil wenn du dir mal das Roster anziehst, einen Styles, einen Owens, einen Nakamura, einen Finn Balor eben, auch jetzt zum Beispiel Cesaro, der ja auch im Ring absolute Weltklasse ist. Du hast so viele Leute, die so viel mehr können und aber nicht viel zeigen dürfen, wahrscheinlich einfach, damit ein Strowman nicht so in den Schatten gestellt wird, damit ein Reigns nicht so in den Schatten gestellt wird und so weiter. Ich weiß nicht, was da die Philosophie bei der WWE ist oder warum sie es nicht zeigen dürfen. Verletzungsgefahr? Unter anderem? Ja, aber ganz ehrlich, ich glaube mittlerweile, ich glaube, dass in diesem Jahr bei New Japan es weniger Verletzte gab als dieses Jahr in der WWE. Alleine Revival hatte dieses Jahr mehr Verletzungen als das ganze New Japan Roster, jetzt mal übertrieben gesagt. In New Japan wird aber eine andere Gangart gefahren. Ich will euch jetzt gar nicht den großen New Japan Fanboy durchlassen, ich betrachte das durchaus objektiv, aber wenn man mal ehrlich ist, wie gesagt, ich würde mich über Nakamura-Sieg freuen, aber auf lange Zeit gesehen, ob Nakamura als World Champ einen ganzen Brand tragen kann, ich bin da skeptisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich sowieso. Vor allen Dingen, klar, was du gerade angesprochen hast, auch ich finde, gerade als WWE Champion, weil der Titel ja nun mal nicht in jeder Smackdown-Ausgabe verteidigt wird, sind dann diese Promos nun mal sehr, sehr wichtig oder wie bei Mahal auch, da hat man dann immer wieder diese indischen Feiern und so gebracht, aber man hatte halt irgendwas und das kann ich mir mit einem Nakamura überhaupt nicht vorstellen und da tue ich mich dann echt schwer mit, so schlimm das auch ist und da habe ich ja schon vor langem gesagt, da habe ich auch ehrlich gesagt mehr Entwicklung bei ihm erwartet, was das angeht, aber bisher blieb das halt leider auch aus, das sehen ja mittlerweile auch andere so, nicht nur ich. Also man hat auch wirklich das Gefühl, die WWE pusht Nakamura, weil er halt over ist. Er ist wirklich, wenn man jetzt Cena wegrechnet, ist er wahrscheinlich gerade das oberste Face neben Styles und Styles ist gerade US Champ und den will man sich anscheinend noch aufsparen, vielleicht für Mania um einen großen Titel anzutreten, vielleicht bringt man Styles gegen Nakamura bei Mania, was auch heiß wird, dass Nakamura jetzt ein Dreivierteljahr World Champion sein wird. Carsten, der kriegt gerade einen Herzinfarkt, glaube ich, bei dem Gedanken. Kennt zu WWE Network. So nach dem Motto, ja. Ne, ich will jetzt nicht alles zu schlecht reden, Gottes Willen, aber ich sehe das Ganze halt doch ein bisschen nüchtern. Aber mal gucken, vielleicht kommt ein gutes Match dabei raus, vielleicht steigert sich Nakamura ein wenig, vielleicht hat man Pläne, wie man mit ihm weiter als Champion weiterfährt, kann auch sein, aber abwarten und Tee trinken, das ist die Devise. Jo, wer definitiv nicht abwartet, sind vier Big Men im Main Event und das ist wirklich ein Match, Aufbau gut und die Vorfreude ist auf jeden Fall da. WWE Universal Title, Fatal 4-Wer Match, der Champion Brock Lesnar gegen Braun Strowman, gegen Roman Reigns, gegen Samoa Joe. Holy shit, wird das ein Gemetzel. Also wenn du dir die vier Namen ansiehst, da kannst du eigentlich nur geile Brawls erwarten, vielleicht draußen, Brawling in der Menge, fette Spots, Kommentatorentische werden zu Bruch gehen, das kann ich garantieren. Du hast vier Leute, die alle fähig sind, ein geiles Match auf das Parkett zu zaubern und vier Big Men, die unterschiedlicher gar nicht sein können. Du hast den Zerstörer, den Conqueror Brock Lesnar, der Supplessen verteilt, Braun Strowman, der durch seine Darstellung und einfach durch sein, durch sein gesamtes Auftreten einfach sowas von over auch, nicht nur bei den Fans ist, sondern sich selbst wirklich gut over gebracht hat, einen Roman Reigns, der natürlich auch seine Komponenten in das Match, gerade in Brooklyn, dazu beitragen wird und auch in Samoa Joe, der gerade in den letzten Wochen wirklich viele facemäßige Reaktionen auch bekommen hat und da wird die Stimmung kochen. Wie gesagt, es ist Brooklyn, alle vier werden gute Reaktionen kriegen, ob positiv oder negativ, das wird sich dann natürlich noch herausstellen, aber Strowman super aufgebaut, ein Samoa Joe, auch als Zerstörer, obwohl er gegen Lesnar vielleicht ein bisschen zu schnell verloren hat, auch immer noch mit einem guten Aufbau versehen, zu Reigns brauche ich nichts sagen, der erzieht immer Reaktionen und es ist Brock fucking Lesnar. Es sind vier Leute, die sich einfach zerstören wollen und ich erwarte mir wirklich vielleicht sogar einen Match of the Year Contender, zumindest im WWE-Bereich. Ja, die Frage, wer gewinnt das Ding? Für mich sehr offen, viele Leute sagen, Lesnar verliert den Titel, weil er zur UFC geht, andere sagen Lesnar behält den Titel, weil er ja am Montag bei Raw ja noch beworben wird, wo ich persönlich sage, er muss ja nicht mit Titel rauskommen, er kann ja dann bei Raw seinen Abgang machen, kann ja genauso sein. Ja, die Frage, viele sehen Lesnar als Titelverteidiger, ich würde es, ich will nicht sagen langweilig finden, aber ich fände es am unspektakulärsten. Ich würde mich glaube ich sogar nicht mehr freuen, aber ich wäre mehr gespannt auf die nächsten Wochen, wenn sogar Reigns das Ding gewinnen würde. Am liebsten wäre mir Samoa Joe und am meisten freuen würde es mich irgendwie für Strowman, weil der irgendwie den geilsten Aufbau oder auch die beste Steigerung in diesen eineinhalb Jahren gehabt hatte, seit er jetzt auch bei der WWE ist, also in den Main Shows oder war, es sind jetzt glaube ich schon zwei Jahre, irgendwie sowas um den Dreh. Also wenn du dir denkst, du vor ein bis eineinhalb Jahren Strowman, wo man gesagt hat, ach komm, den willst du nicht sehen oder im Ring ist der noch so grün hinter den Ohren und jetzt wird der von der Crowd gefeiert und ist over wie Sau und hat eine Innenringpräsenz, dass du dir in die Hose kackst. Super. Also da ist einer der ganz, ganz wenigen, wo die WWE viel richtig gemacht hat. Wahrscheinlich auch, weil er von Vince Tirek betreut wird. Und ich tippe jetzt einfach mal ins Blaue, wahrscheinlich wird Lesnar verteidigen, wir haben realistisch. Ich tippe auf Braun Strowman. Einfach Bauchgefühl. Ich glaube, dass das ein richtig geiler Moment wäre. Die WWE hat es ja in letzter Zeit so mit, sie wollen einen geilen Moment kreieren. Das ist ja so das Motto im Jahr 2017. Und das könnte man gerade in dieser Matchkonstellation, glaube ich, ziemlich gern machen. Und ich tippe einfach auf Strowman. Bauchgefühl. Wahrscheinlich liege ich eh falsch, aber ich glaube, ich würde mich bei Strowman sogar am meisten freuen. Irgendwie. Keine Ahnung. Harte ausspielt. Auch Heyman hat ja mehrmals darüber geredet, dass sie geht. Das haben wir auch mehr oder weniger fast immer wieder in die Fresse rein gedrückt bekommen. Ja, Lesnar geht zur MMA, wenn er verliert. Lesnar geht zur MMA oder zur UFC, wenn er verliert. dass da einfach die WWE uns versucht, dass es safe ist, dass Lesnar bald zur UFC geht und somit quasi ein Titelwechsel ja sein muss fast schon. Und da haben sie es, zumindest für meine persönlichen Begriffe, wenn Lesnar den Titel verteidigt und zumindest erst vielleicht später zur UFC geht oder vielleicht gar nicht, dass die WWE die Karte bewusst so ausgespielt hat, dass man da um einmal zu viel MMA-UFC erwähnt hat. Weil jetzt bekomme ich halt wirklich so einen Eindruck, jetzt wo du es auch so gesagt hast, dass man es zu viel wollte, dass die Fans glauben, dass Lesnar wieder Richtung MMA geht und schwierig. Aber trotzdem, das Match ist natürlich offen, aber du hast natürlich auch recht. Also vielleicht spielt die WWE auch bewusst damit. Ja, könnte ich mir nämlich echt gut vorstellen, weil es doch auch damals hieß, Lesnar hätte selbst überhaupt kein Interesse mehr daran, hat er eigentlich damit abgeschlossen. Und ja, dass man das aufgreift bei einem Lesnar, liegt auf der Hand und dass die WWE da auch sehr viel rauszieht. Und ja, dafür war es mir auch ein bisschen zu viel in die Fresse rein. Er geht, wenn er verliert. Und warum? Das frage ich mich immer. Warum zickt er da, sag ich mal so rum, wenn er den Titel verlieren sollte, nur weil er mit der Matchansetzung so unzufrieden ist, dass er ja gar nicht involviert sein muss und so weiter, macht einfach, finde ich, macht ihn unglaubwürdig. Ja, macht wenig Sinn. Und ich denke, er wirklich die WWE spielt damit. Und umgekehrt, auf der anderen Seite hieß es ja immer, selbst wenn er weiterhin unter WWE-Vertrag steht und so, kann er trotzdem zur UFC und trotzdem solche Matches machen. Umgekehrt dagegen spricht natürlich wieder die Gefahr, dass die WWE dann sagt, ich meine, aufmerksamkeitmäßig wäre es natürlich super, wenn sie sagen, der WWE-Champion steigt hier bei UFC ins Ottengarten und kämpft. Ist aber zu gefährlich, gerade was Lesnar angeht, weil wenn er dann da richtig auf die Mütze kriegt und richtig abstinkt, wäre das ein bisschen blamabel. Und die Gefahr ist nun mal da, bei Lesnar, dass das passieren wird. Und ich glaube, ich glaube ganz ehrlich, das wird nicht passieren. Ein Lesnar wird nicht zur UFC gehen, er wird bei der WWE bleiben, wird den Titel verteidigen. Man zieht die Pläne knallhart durch, die auch schon in Stein gemeißelt sind, seit Ewigkeiten bei WrestleMania, gegen Reigns um den Titel. Er darf dann den Titel verlieren und Reigns wird neuer Champion. Glaube ich, ist für mich... Alle freuen sich, Kappa. Alle freuen sich tierisch. Ist für mich das Glaubwürdigste momentan, weil auch ein Strowman wirklich noch nicht zu grün hinter den Ohren ist. Und ich da echt dran denke, ich weiß gar nicht mehr, ob es bei der letzten Mania war, wo es dann auch noch hieß, die WWE hält ganz große Stücke auf ihn und er ist im Ring wesentlich besser, als wir alle denken und erwarten. Und ja, jetzt sehen wir, wo wir stehen auf einmal. Auf einmal feiert ihn jeder. Also da echt, haben sie es richtig gut umgesetzt. Auf jeden Fall. Er hat aber auch Reigns einen guten Job gemacht. Ja, definitiv. Also das kann er ja auch. Also eigentlich alle vier machen das, was sie können. Muss man so sagen. Und da unterhalten sie uns. Deswegen freut man sich auf dieses Match. Ja, wird definitiv ein Schlachtfest. Und ich würde jetzt wirklich sagen, Lesnar verteidigt, weil man es eben zu überreizt hat. Diese Anspielung wird ja den Titel verlieren. Und dann heißt es ja auch, man schützt ja Lesnar damit, dass er eben den Titel verlieren kann, ohne involviert zu sein. Deswegen denke ich, wird er hier verteidigen, damit man auch das Programm gegen Strowman noch bringen kann. Das ist das Singles-Match, weil auch da warten ja ganz, ganz viele Leute drauf. Und das ist auch wirklich noch Geld, was da auf dem Tisch liegt, was man machen kann mit den beiden. Und deswegen spricht auch vieles dafür, dass Lesnar hier gewinnt und dann eben gegen Strowman nachher federt. Man kann aber genauso trotzdem mein Tipp auch aufgehen, dass halt Lesnar sein Rematch gegen Strowman nicht einfordert. Aber natürlich, realistisch ist natürlich deine Variante schon klar, aber wie gesagt, wenn dann Strowman den Universal-Title hält und wahrscheinlich sich viele, viele Leute auch freuen würden, was vor einem Jahr kein Schwein gedacht hat, um ehrlich zu sein. Aber das ist auch, dann sind auch wieder die kleinen und wenigen positiven Sachen, die man auch an der WWE hervorbringen muss, dass doch ab und zu mal ein Plan der WWE auch erfolgreich aufgeht, wie im Fall von Strowman. Auch Samoa Joe zum Beispiel ist für mich aktuell eine gute Bank, macht eine gute Entwicklung. Auch zum Beispiel Owens und Styles haben Bestmack dann auch super unterhalten, muss man auch dazu sagen. Also ich will jetzt nicht hier immer alle schlecht reden, aber Leute, ich habe einfach so das Gefühl, Leute verschließen so die, keine Ahnung, die haben diese Indie oder New Japan Schallklappen auf, so nach dem Motto, ja Nakamura ist der Geilste und für Bela und dann fragst du halt, ja was haben die wirklich für Match of the Year oder was haben die wirklich für gute Matches gebracht und dann fängst du schon an, an einer Hand langsam Schwierigkeiten zu haben, gute Matches aufzuziehen. Und ja, das wollte ich einfach mal hier dargebracht haben, dass vielleicht nicht immer alles Gold ist, was glänzt. Joach, zwei Stunden, vier Minuten. Wir wollten eigentlich nicht länger haben wie zwei Stunden, wir haben es knapp verpasst, aber man muss auch fairerweise dazu sagen, bei dieser Card, es geht nicht anders. Also danke an jeden da draußen, der sich diese Preview hier in voller Länge reingezogen hat. Ich scheiße logischerweise auf Watchtime, weil zwei Stunden ist sowieso viel zu viel, aber ist egal, ich mache es natürlich für die Leute, die es sich gerne anhören und habe es auch natürlich hier mit dem Carsten hier gerne gemacht. Natürlich ist es immer derselbe Effekt, wenn man darüber redet, ist man doch wieder ein bisschen mehr gehypt auf den Events und im Endeffekt so die drei Matches, wo ich mich am meisten drauf hohe, sind auf jeden Fall der Main Event, ganz klar und dann würde ich wirklich sogar sagen, die beiden Tag Team Title Matches und das Raw Women's Title Match und das US Title Match wird auch sicher gut werden. Also ich sage mal so, die Hälfte der Card kann ganz gut werden und halt die andere Hälfte muss man sich halt irgendwie durchboxieren. Also sowas wie Orton Rusev, Big Cass, Big Show, White, Bela, das sind so die drei und Naomi and Talia, das sind wirklich vier Matches, die muss ich überstehen. Wenn die wirklich so blöd sind und diese vier Matches in eineinhalb Stunden bringen, boah, das wird ein hartes Stück. Das wird aber auch interessant zu sehen sein, ob die WWE es hinkriegt, die Matchcard gut dosiert und gut aufgeteilt, einfach eine gute Struktur auch reinzubringen, weil ich kann mir schwer vorstellen, dass halt die wirklich sagen, okay, die letzten drei Matches sind von mir aus US Title Match, dann WWE Title Match und Universal Title Match, weil dann hast du vorher Lowlights en masse und dann zum Schluss nur mehr Matches, wo halt die Crowd wahrscheinlich ziemlich drin sein wird und da hast du halt die Gefahr, dass in womöglich ein von drei Matches die Crowd wahrscheinlich irgendwo abfallen wird, muss man halt mal gucken. Das ist auch immer so ein Faktor, gerade Brooklyn, letztes Jahr hat man es auch gesehen, ist eine sehr, sehr launische Crowd, da weiß man auch noch nicht genau, wie sich das verhalten wird, sind auch ziemlich speziell zum Teil und ja, einfach mal gucken. Summerslam wird auf jeden Fall ein sehr, sehr interessanter Pay-Per-View, ein sehr, sehr langer Pay-Per-View und ja, mal schauen, ob die hohen Erwartungen dann erfüllt werden seitens der WWE. Zumindest bei zwei, drei Matches erwarte ich mir schon viel und mit dem Rest erwarte ich mir vielleicht gute Durchschnittskost, die vielleicht ganz kurzweilig wegzugucken ist und dann ja, mal gucken. Ich bleibe dabei, sechs Stunden insgesamt sind einfach viel zu viel. Ja, das ist definitiv klar, dass man das übertrieben hat, steht außer Frage. Ich denke halt, Kart-mäßig denke ich, wird man gerade vor dem Main-Event nochmal einen Downer bringen, dass man da als eins der nicht ganz so interessanten Matches bringen wird, dass die Crowd vielleicht nochmal runterkommt und dann richtig im Main-Event halt drin ist, weil ich denke, da wird es richtig abgehen, was das angeht. Hoffe ich einfach, dass da eine echt geile Stimmung herrschen wird und freue ich mich natürlich drauf und natürlich diese ganze Corbin-Money-in-the-Bank-Geschichte bin ich sehr, sehr drauf gespannt. Also da werde ich, wahrscheinlich wird sich das bei mir durch den ganzen Pay-Per-View ziehen oder ab der Kick-Off-Show hoffe ich, dass es endlich kommt und erklärt es endlich. Ja, also da bin ich echt drauf gespannt. Hoffe einfach, dass ich dann nicht enttäuscht werde, aber ich werde so vorbereitet reingehen, dass ich nicht in Tränen ausbreche, wenn es nicht passiert und ja, dann einfach Spaß an den hoffentlich guten Matches haben. Ein paar sind für mich auf jeden Fall dabei. Wie immer gibt es ein paar Downer sozusagen, aber die werden wir zusammen überstehen, definitiv. Ja, denke ich auch, vor allem weil ja wir zu dritt am Start sind, du, ich und Krüger, das kann eigentlich nur epic werden. Oder jetzt, das wird sicherlich lustig werden, also man, die Erfahrungen in den letzten Pay-Per-Views hat gezeigt, sobald ich wen am Start hatte, also entweder dich oder auch Krüger oder Adrian, ist egal, dann schafft man auch, ich sage mal, die Downer relativ leicht. Außer bei Fast End, aber Hopf und Malz verloren. Da hat auch kein Krüger geholfen, an dieser Stelle. Und bei Battleground hatten wir das Glück, dass wir zu dritt waren, weil da hat man sich halt noch ein bisschen mehr im Gespräch, sonst wäre ich da auch, glaube ich, weggeknickt. aber das war es zur lange, langen Preview zu Takeover Brooklyn 3 und zum Summerslam. Eure Meinung zu den ganzen Matches, auf was ihr euch so am meisten freut, gerne in die Kommentare und bevor es jetzt zu lange wird, verabschiede ich mich hier an dieser Stelle von diesem sehr, sehr langen Podcast, von dieser langen Preview, dem längsten Video bisher auf meinem Kanal. Ich hoffe, ihr habt es durchgedrückt und ich hoffe, euch hat es gefallen. Daumen hoch, wäre wie immer super. Wie gesagt, euer Feedback in die Kommentare ist gern gesehen. Das soll es gewesen sein. Dankeschön fürs Zuhören. Ich wünsche euch jetzt noch einen wunderschönen Tag und viel Spaß beim Wochenende. Haut rein. Peace. Top Guys. Out. Tschüss.